So, hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Willkommen hier zu einer neuen Runde Total Warhammer 3. Ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal häufiger mal wirklich eine neue Runde. Je nachdem, wie wir halt Bock haben. Und weil beim letzten Mal die Sache mit Snickshar so und so knapp war und tatsächlich ich mir auch schon angekündigt hatte, dass wir vielleicht auch heute Snickshar machen, machen wir ihn auch tatsächlich. Denn wir kommen ja meistens ziemlich gut rum und ich finde gerade so die ersten 50 bis 100 Turns sind in dem Spiel ja eigentlich sogar für viele Leute auch die entscheidendsten, um zu gucken, was passiert so, wie macht man es, was sind die Fallstricke und so weiter und so fort. Und als Zauberer, das ist für mich kein Argument. Cursed ist hier gerade schon das eine oder andere. Was nicht heißt, dass ich keinen Spaß damit habe. Und ich persönlich feiere es ja, wenn Spiele nicht so funktionieren, wie sie sollen. Das hat dann für mich persönlich seinen ganz eigenen Humor. So, zunächst einmal Hallöchen an alle. Ich grüße an der Stelle hier erstmal Linkkorb. Dann sehe ich noch Sabudan, Legion, Montravan, Jamie. Dann ist der Sangvinius da. Acemoon, Skelettrabele, der Lordkommissar. Phil, Hallöchen an Salem. Dankeschön, Salem, für deinen Prime-Sub. Candy ist da. Guten Abend auch an Sarkas. Wotan, Scully Alexander. Mr. Gemini ist da. Und dankeschön, Mr. Gemini, für die Biddies, wie ich gerade eben hier sehe. Und auch danke für den Re-Sub im 8. Monat. Willkommen, willkommen, willkommen. Zauberer natürlich, habe ich schon angesprochen, Belrea. Dann sehen wir noch Mr. Tayo. Dankeschön, Mr. Tayo, auch für deinen Re-Sub im 16. Jack Canyon ist da. Ich grüße dich. Und wie ich es gerade eben schon geschrieben habe, ich habe heute schon 1000 Milligramm Paracetamol im Blut. Ich habe Kopfschmerzen. Ich bin gestern Abend mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen, was nicht daran gelegen hat, dass ich irgendwie zu spät ins Bett gegangen bin oder irgendetwas konsumiert hätte. Nee, ich habe gestern Abend den Fehler gemacht. Wir hatten gestern Pen & Paper. Und ich habe mich einfach mal dazu entschieden, hey komm, ich setze mich jetzt einfach mal auf den Teil des Sofas, der keine Rückenlehne hat. Also wo ich halt wirklich mich gar nicht zurücklehnen kann, um auch nur mal kurz zu entspannen. Und wenn du das vier Stunden machst und es nicht gewöhnt bist, ich habe jetzt hier so eine richtige Spannung bis hier oben. Das geht bis hier. Ich habe das schon lange nicht mehr gehabt. Ich neige nämlich normalerweise nicht zu Kopfschmerzen. Und jetzt bin ich heute aufgewacht und direkt nach dem Aufstehen, so wie ich ins Bett gegangen bin. Das ist ungewöhnlich, aber es wird schon irgendwie gehen, Leute. Der mächtige Hut wird gleichzeitig eine Massage für meine Muskulatur am Schädel sein. Hallöchen auch an Lusindra. Ich grüße dich. Frakter ist da. Und Hallöchen auch nochmal an alle, die ansonsten noch dazu gekommen sind. Moment, da schreibt noch Sabo da an. Zu Blattblood 3. Ich war die Woche an meiner Schule zu besuchen, habe beiläufig mitbekommen, dass mein alter Ethiklehrer Ren dem Deutschlandmeister in der DBBL ist. Und war, weil er mit dem Lockdown langweilig war, hatte er mal angefangen. Bin fast komplett, bist fast umgekehrt verstanden. Ey, echt geil, Sabo da an. Also meinst du Online-DBBL? Meinst du also in der Online-DBBL? Dann werde ich den ja vielleicht sogar kennenlernen und vielleicht sogar, äh, vielleicht sogar gegen ihn spielen. Das wäre witzig. Hallöchen an den Lord-Kommissar. Ich grüße auch, AT. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Dracosal ist auch da. Mr. Gemini, mein Trink-Espresso mit einem halben ausgequetschten Zitronen. Das ist eklig, aber es hilft gegen Kopfweh. Nee, bei mir liegt es nicht irgendwie an sowas. Ich habe heute schon einen Kaffee getrunken. Ich habe gemerkt, das hat nicht geholfen. Das liegt nicht daran, dass meine Venen, äh, zu entspannt sind, sondern es liegt wirklich einfach daran, dass ich gestern, äh, die Muskulatur vom Rücken nach oben, die das nicht gewöhnt ist, völlig überfordert habe. Dann, wenn diese Muskeln nicht mehr können, versuchen die nächsten Muskeln auszugleichen. Das ist so eine Kausalkette, die kenne ich schon, durch andere Probleme, die ich früher schon hatte. Und dann, ähm, übernimmt halt immer mehr und immer mehr und immer mehr der nächste Muskel und es wandert dann bis hier vorne. Das sind diese typischen Verspannungskopfschmerzen, die ich habe. Die werde ich aber auch hoffentlich wieder los. Ich muss es bloß wieder so angehen wie sonst und nicht so übertreiben. Hallöchen auch an den Sir, äh, Nintalef, äh, Nintalef, äh, Nintalef, Entschuldigung, Nintalef, grüß dich, schön, dass du da bist, Valentin. Plansuppe ist auch da. Hallöchen auch an Funflame, an Baltobi, Rudolf. Dankeschön als Plunsch für den Recip im 9. Lucindra, ich grüße dich. Rattentutorial mit General Mörp. Ich weiß nicht, ob es ein Tutorial ist. Das ist mehr so, eher so ein Angespielt mit, äh, Random Skill von mir. Random. Also im Sinne von, ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Ich weiß aber nicht hundertprozentig im Detail, wie die Ratten gerade eben funktionieren. Ich habe die schon gespielt. Äh, und vielleicht ist noch Muskelgedächtnis da, aber den Rest wird sich noch zeigen. Genau, zur Notamputation. Ähm, also das würde ekelhaft aussehen, Baltobi, das würde sehr ekelhaft aussehen. Ich wollte noch was anderes ganz, ganz kurz mal anmerken, auch wenn das jetzt hier gerade eben überhaupt nichts mit, äh, Total War zu tun hat. Also zwei Dinge. Ähm, nachher habe ich vielleicht noch Bock. Das hängt aber auch von meinem Kopfschmerz an. Also es ist angekündigt, ich habe es vor. Im schlimmsten Falle muss ich es aber sein lassen, wenn es gar nicht ginge, noch eine Runde ab 22, 23 Uhr in der DBBC, in der Open Letter der DBBC, äh, Blood Bowl 3 zu spielen. Zu Blood Bowl 3 habe ich auch noch eine weitere Aussage, die mich tatsächlich geärgert hat. Und zwar, einen Tag nach Release bekam ich die Information, die habe ich auch schon unter das Video auf YouTube gepackt, ähm, dass es doch kein Crossplay geben soll. Das fand ich schon wirklich frech, geradezu unverschämt, weil mir wurde noch quasi diese Information hervorgehoben, dass man, dass das Spiel Crossplay mit Konsolen haben wird. Und einen Tag nach Release, als ob die das da nicht schon gewusst hätten. Ne? Cyanide. So, wird mir ausgedacht, ach bitte Merb, schreib doch unter dein Video, dass ja garantiert jeder noch lesen wird. Mhm. Dass es doch kein Crossplay geben wird. Also ich fühle mich da gerade eben schon ein bisschen verarscht. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber das ist schon wirklich ein Assi-Move. Das kann ich nicht anders ausdrücken. Also das ist wirklich unverschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das geht überhaupt nicht. Also ich, 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 ich bin, ich bin kein, äh, ich bin juristisch nicht fit, aber ich würde sogar fast behaupten, das hätte sogar Konsequenzen, wenn dagegen jemand klagen würde. Also das ist unfassbar. Hallöchen, Trisa, ich grüße dich. Also das ist einfach, wie gesagt, bin ich sehr, sehr sauer. Sehr, sehr sauer auf den Laden. Dankeschön an Bierendchen für den Resub im 14. Wo der meint, ach, das ist der Skave, der meinen Hinterhalt und seinen Hinterhalt umwandelt. Ja, das, äh, der hat ja halt auch einen offensiven Hinterhalt. Ne, das ist, äh, sehr, sehr, äh, sehr, 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 äh, krass bei dem, muss man sagen. Sehr, sehr krass. Im Grunde so ähnlich wie, ähm, der Schattenkönig bei den Hochelfen, äh, alles danach. Ja, also es ist auf jeden Fall mindestens fragwürdig, wenn nicht sogar unseriös Ball, Tobi, hast du schon recht. Und eine andere Sache, die überhaupt nichts mit Warhammer zu tun hat. Ich habe heute tatsächlich, auch wenn es wahrscheinlich viele von euch nicht interessiert, heute habe ich trotz meiner Kopfschmerzen die Kampagne, äh, also die Kampagne, äh, von, äh, Atomic Heart zu Ende gespielt. Falls ihr das also anschauen wollt. Das Spiel hat wirklich aus meiner Sicht eine sehr, sehr geile Story. Und ist aus meiner Sicht überhaupt nicht patriotisch. Ihr dürft das gerne anders sehen, aber nach meiner Sicht ist da jede Menge versteckte Kritik am sowjetischen und russischen System dahinter. Das kriegt man mit, wenn man nämlich die ganzen Texte liest. Und die haben wir weitgehend, nicht alle, aber weitgehend gelesen in meiner Let's Play Aufnahme. Und das, ähm, ist zumindest mein Eindruck. Und ansonsten, die Story fand ich am Ende, gegen Ende, auch noch ziemlich nice. Aber egal, das nur mal so nebenbei, äh, um nochmal Werbung für dieses Let's Play gemacht zu haben. Äh, weil so viele Leute behaupten quasi, wie kannst du dieses Spiel denn spielen? Das ist doch Hurra-Patriotismus für Russland. Nein, ist es nicht! Diese Leute haben das Spiel nicht gespielt. Die haben sich gar nicht informiert. Das ist, äh, wie gesagt, aber nur meine Meinung. Meine Meinung. Äh, Hallöchen auch an den Artorius und an Trisa. Dankeschön an euch beide für die Resubs. Schön, dass ihr da seid. Pixel ist da, MNG ist da, Barsus, willkommen auch an Stag. Mini ist da. Ich freue mich, dass ihr da seid. Genauso wie Parasar Cool, der sich hier noch dazwischen geschoben hat, zwischen den ganzen Meldungen. Wir fangen an, Leute. Wir spielen Snicksh. Und der Kollege startet drüben in Katai. Er hat Zugang zu den Schattengeschäften-Aktionen von Clan Eschen. Das ist seine Spielmechanik. Die werde ich mir nochmal im Detail angucken müssen. Die haben wir damals auf dem, äh, normalen Warhammer 2, äh, Storyline-Modus. Also nicht der großen Kampagne, sondern in der Mahlstrom-Kampagne, glaube ich, damals gespielt. Rekrutierungskosten plus 200% für alle Einheiten, die nicht Eschen sind. Wir sind so ein klein wenig, äh, wie soll ich sagen, so eine Art, äh, ja, so eine Art, äh, Skarsnik. Nur unter Ratten. Also wir müssen halt quasi diese ganzen Ninja-Einheiten nehmen. Kommandanten werden niemals abtrünnig, denn sie wissen, was passiert, wenn sie es versuchen. Schattenläufer und Gossenläufer verwenden Rüstungsdurchdringende mit Warp versehene Geschosse. Wir haben eine erhöhte Chance von Hinterhalt von 25% mehr. Verhüllungsbomben können eingesetzt werden. Und unsere Helden haben in der Armee des Kommandanten plus 8 Nahkampfangriff. Wir werden hier spielen mit dem Szenario voll der Groll, weil alles andere macht in meinen Augen wenig Sinn. Mir fällt auch insgesamt ehrlich gesagt auf, dass mit Ausnahme der Rattenflut es eigentlich keine echte Endgame-Krise gibt, die Kartei tangiert. Das schränkt schon mal die Wirkung dieser Endgame-Krisen ein. Ich aktiviere das einfach mal, einfach damit wir da potenziell vielleicht noch einen Gegner haben. Ansonsten müsste ich es ja alle ausmachen, weil sie sonst keinen Sinn ergeben. Hallöchen auch in der Next. Dankeschön, Next, für deinen Recept am 21. Mein Lieber. Vielen lieben Dank. Du spielst auch gerade eben, soweit ich weiß, immer wieder mal Warmer 3. Welche Kampagne spielst du eigentlich gerade eben? Hallöchen auch Dottoredon, Nachtwanderer und Miraculas. Willkommen, willkommen, willkommen. Käpt'n Fahre ist auch da. Grüß dich. Also, wir starten hier auf sehr schwer, sehr schwer. Let's go. Basis, mein Däumchen drücken, dass wir mit den Chaos-Zwergen auch die Chaos-Krise bekommen. Ja, eine Chaos-Krise wäre ja schon sinnvoll, ne? Ah, okay. Nexus hat zuletzt Kairos gespielt. Ja, ich fange jetzt auch an mit diesem Kreuz und Quer so ein bisschen, weil man halt einfach dann doch eine ganze Menge, äh, erstmal so als allgemeines Gefühl mit all diesen Kommandanten jetzt hier bekommen hat. De facto kannst du hier eigentlich, äh, du kannst zwei Jahre lang mit den jetzigen Kommandanten jede Woche einen Stream machen. Und du hast immer einen neuen gespielt. Nicht ganz zwei, aber fast so anderthalb, anderthreiviertel Jahre. Ne, nun, damit wir uns das mal klar machen, wie viel in diesem Spiel steckt. Klar, wenn man das natürlich jeden Tag das jetzt streamen würde, dann würde es nicht reichen. Es sei denn, man würde die wirklich hardcore durchzocken. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Snappy, meine Moin, hast du denn einen Tipp? Vampire gegen Zerge. Die kleinen Scheißer nehmen mich irgendwie immer gut auseinander. Äh, tatsächlich Verfluchte. Also zumindest, äh, bei mir haben Verfluchte super geklappt. Vor allem die mit Zweihandwaffen. Und dann natürlich YOLO immer feste drauf. Äh, Fluchritter. Ähm, du kannst es auch, je nach Kommandant, auch mit den Gespenstern versuchen. Sowohl die berittene als auch die nicht berittene Variante dürfte den Zwergen ganz schön einheizen. In meinen Augen. Du musst natürlich auch die entsprechenden Skills und Forschungen für sie machen. Dann, äh, hauen die die Zwerge schon ganz, ganz gut aus den Latschen. Und das wichtigste bei Zwergen immer, lass sie nicht zu lange ungestraft schießen. Ne? Da heißt es einfach ran und, ähm, sie einfach niedermetzeln. Weil früher oder später geben die Zwerge dann schon, äh, klein bei. So, Hallöchen auch an Radegunde. Ich grüße dich. Skunk für einen Helden oder einen Kommandanten. Das kriegen wir hin. Und Radegunde ballert hier fünf Subs. Dankeschön, liebe Radegunde. Dankeschön. Denso hat sie auch noch reingeschlichen. Ich grüße dich. Oh, ein Hallöchen, Heirudin. Du, heimlich angreifen. Spuren vernichten. Verwischen. Schnell, schnell. Tot, tot. Für sie alle. Also gut, äh, das schauen wir uns erstmal an. Wir haben hier natürlich die Nahrungsmechanik, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir in den grünen Bereich kommen. Und sonst gucken wir sehr dumm aus der Wäsche. Ähm, dann haben wir... Wo, 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 wo kann ich denn darauf zugreifen? Hier, verfügbarer Plan. Genau, das sind die Pläne. Hier, da haben wir die Skarvenpläne. Genau. Eschen-Aktionen. Ich kann jetzt zum Beispiel auf geheißtes Nachtfürsten... Äh, Nachtfürst Sneak verlangt von seinem obersten Assassinen hin und wieder nach Skavenblight zu reisen und ihm von finsteren Machenschaften vom Clan Eschen zu berichten. Die Reise verlangt dem Meister-Assassin einiges an Bestechung und Hinterlist ab, um bemerkt zu bleiben. Ähm. Okay, aber was bringt uns das unterm Strich? Also ich kann dir das gerade eben nicht machen, ne? Ich kann dir das hier machen lassen. Snick-Erholungszeit, zwei Runden. Also tatsächlich... Ist das wohl etwas, was von uns einfach verlangen wird. Also Rationen-Bunkern, äh, um sicherzugehen, dass die Agenten von Clan Eschen bei der Erfüllung ihrer endlosen tödlichen Aufträge nicht ins Wanken geraten werden. Und zusätzliche Rationen für alle bereitgestellt zu diesem verbruchten Plan ausführen. Also bekomme ich einfach 20 Essen. Hier bekomme ich nochmal so einen Planpunkt oder nicht, es kostet einen Planpunkt. Ich muss mir das gleich nochmal angucken, wie das geht, eh. Äh. Also erstmal ist, äh, der eine Charakter dran. Hallöchen auch an Silvanor. Grüß dich. Zwei Haldenamen gewünscht. Okay, Zauberer, kannst du mir gerade eben nochmal zusammenfassen, äh, welche Namen gewünscht sind? Das geht für mich dann, glaube ich, besser. Ich sehe Ratatouille. Äh, haben wir hier einen Magier, sollen wir noch Rasputin nennen? Und, äh, Skunk. Okay, also dieser eine Held wird auf jeden Fall Skunk heißen. Den, den wir schon haben, das kann ich jetzt hier direkt schon mal machen. Das ist unser Eschen-Zauberer. Der ist übrigens jetzt, äh, neu drin, ne? Das war früher ein Warlock-Techniker, das ist mit dem Patch geändert worden. So, jetzt ist der nämlich hier Teil unserer Truppe. Äh, dann haben wir noch Jingpo. Da haben wir die Grube der Gräueltaten. Das ist mir ein Gräuel, ich sag's euch. Äh, hier können wir noch... Oh, wir starten mit Diamanten, weißt du Bescheid? Okay. Ja, wissen wir ja, was in dieses Ding hier rein muss, ne? Diamanten wollen wir haben. Und zwar jetzt. So, äh, teuflische Pläne unterhalb für die Skabensklaven. Kann ich mir eigentlich schon mal irgendwas holen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ähm. Wotan der Restenager. Oh, ups, dann muss das der, muss das doch Wotan sein. Bitte zu entschuldigen. Dann muss leider Belrea äh, akzeptieren, dass wir jetzt dann doch nochmal umbenennen, so wie ich das sehe, oder? Nämlich den Wotan gar nicht. Das war, glaub ich, krass am Anfang demnach, oder? Muss ich gerade nochmal gucken. Ja, Tatsache, von Wotan. Wotan der Restenager. Dann muss ich tatsächlich nochmal umbenennen. Sorry. Ah, da wird's doch jetzt hier doch Wotan. Der Restenager. So. Okidoki. Dann wissen wir das. Dann kommt halt Skunk später. Da haben wir schon den Hinterhalt. Es ist so großartig. Ne? Der offensive Hinterhalt ist jetzt schon am Start. Hi, SnickSnipe. Grüß dich. Willkommen auch an Destroyer. Membuto. Bierentchen. Schön, dass ihr alle da seid. Nurgel, Chilwarik. Grüß euch. Willkommen, willkommen. Oh, guck mal. Das ist ja mal ein interessanter Hinterhalt. Das ist gar nicht der Standard. Von der Map her. Aber das liegt, glaube ich, hier an Katai. Ja, sind die Landschaften andere. Und Toy Tonic ist da. Guten Abend. Na ja. Präabend. Leuchtebohrer für die Warbohrer. Ja, das kriegen wir hin. Aufstellung starten. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, diese Gothenläufer. Da stellen wir ein paar da hin. Da stellen wir ein paar da hin. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben die als Nahkämpfer. Clanraten mit Speer. Ey, wisst ihr, also unsere Nahkampfeinheiten sind aber auch schon wirklich crap. Okay. Die sind ja wirklich crappy, crap, crap. Schattenläufer. Äh, nein. Du solltest eigentlich da sein. Du gehst da noch mit hin. Der hat diesen, äh, Warb, diese Warbwobsterne. Jetzt geht's los, komm. Oh, jetzt wird hier reingebombt. Snick, komm, hol dir den. You can do it. Ihr attackiert hier. Du gehst da mit durch. Ich kann die Gefahr aus der Tiefe natürlich jetzt hier machen. Wir haben ein bisschen aufs Maul bekommen, aber das ist völlig normal bei Skarven. Es würde mich wundern, wenn wir nicht aufs Maul bekommen würden als Skarven. Da ist der Kommandeur gefallen von ihnen. Ja, wir werden sehr, sehr viel mit Gossenläufern arbeiten müssen. Hallöchen, Bommele, ich grüße dich. Was für Fähigkeit die Nahkampfeinheit hat hier. Die kann hier diese Verhüllungsbomben machen. Dann kann ich halt, äh, versteckt durch die Gegend laufen. Und hier haben wir noch, genau, das hier können wir noch machen. Das ist echt ziemlich witzig. Ah, nee, das ist an der falschen Stelle gewesen. No, Warbwobber. Ja, wir haben doch die Warbwobber. Kann sie nicht bewegen, wie ihr sehen könnt, für die nächste Zeit. Also auch Gegner können sie nicht bewegen. Und dann kann man das hier noch machen. Dann machst du ein AOE. Das ist quasi ein Warbwobben, das du dann verursachst. Also erstmal das hier und die Gegner alle festzuhalten, dann Ort zu stellen. Und dann das hier. Das habe ich völlig vergessen, gerade eben zu gucken. Aber wir haben eh gewonnen. Hi, Graf Drama, grüß dich. Also damit kannst du richtig, äh, krass Schaden machen. Genau, Nurgle. Bei Skarven ist es egal, äh, wenn sie auf den Sack bekommen, es gibt immer noch mehr von ihnen. Die Skarven sind die wahre Hydra als Fraktion. Und das haben gerade eben diese Grünen heute hier zu spüren bekommen. Es sind eigentlich relativ wenige von ihnen Hops gegangen, sind wir mal ehrlich. Aber sie waren einfach dann nicht mehr dazu in der Lage, gegenzuhalten, nachdem ihr Bosch's Down gegangen war. Ja, die Ashen Triaden, die fand ich damals schon ziemlich schlecht, als das Spiel rausgekommen ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, ich nehme die Nahrung. Okay, egal was ich tue, es wird hier sowieso ein bisschen schwierig. Also gehen wir mal da hin. Mein Weg führt mich jetzt auf jeden Fall da hin. Oder hätte ich da hochgehen sollen? Egal, also wir holen uns erstmal das da und dann das da. Was haben wir denn diplomatisch für Möglichkeiten? Hm, ja, mit den Vampirfürsten einen Nicht-Angriffspakt schließen. Wir müssen ja mal gucken, mit wem wir uns hier überhaupt anfreunden können, ne? Das finde ich ganz gut. Einen weiteren Kommandanten ausheben, würde ich auf jeden Fall am Anfang jetzt auch schon mal direkt tun, denn hier werden wir eine Menge Kommandanten haben. Äh, meisterhafter Assassine. Ja, scharfe Zähne. Was ist hier für der, der hat scharfe Zähne? Der geht da rein. So, und jetzt haben wir nämlich schon hier, das hier wird Skunk. Schon entschieden, das hier wird Skunk. Skunk, äh, hat die Ehre, hier die Creme de la Crap der Rattenschaft hier anzuführen. Und wehe, er beschwert sich. Dachsbach für eine Stadt möchte gerne Belrea haben. Das kriegen wir hin. Gossenläufer sind eigentlich so eine, äh, sind es beide. Es gibt zwei verschiedene Arten von Gossenläufer und Belrea. Es gibt sie mit Wurfstern und mit Schleudern. Die haben halt meistens Giftwaffen und die mit Schleudern finde ich persönlich eher so halbnützlich. Die mit Wurfstern finde ich ziemlich nützlich, weil man sie im Grunde als so eine Art Hybrid-Nahkampfeinheit verwenden kann. Also erst quasi den Gegner zu Tode plänkeln und dann, ähm, den Gegner richtig im Nahkampf aufreiben. Hm, ich bin der Meinung, dass ich, ich, ne, ich muss mir das jetzt hier holen. Ja, wir müssen das ganz kurz kämpfen. Hi Mansus. Der nächste bestimmt nicht Dracosal, aber wir werden sicherlich noch Charaktere haben. Gauronis, schönen guten Abend. Denn wie gesagt, wir haben schon eine Liste Dracosal. Wir haben schon eine Liste, die wir jetzt abarbeiten müssen. Dachsbach muss ich gleich noch draus machen. Aber wie gesagt, diese Einheiten sind eh nicht so besonders geil. Also die hier, ich muss mir gerade eben noch mal ganz, ganz kurz mal die Ashen Triaden angucken, warum die so schlecht sind. Ja genau, die Ashen Triaden sind auch nur eine Tier 2 Einheit, aber selbst dafür sind sie in meinen Augen ziemlich schlecht. Die haben, äh, ah ne doch, die haben Rüstungsdurchdringend und Anti-Large. Der Anti-Large-Bonus beläuft sich auf 15. Ist eigentlich in der Theorie ziemlich gut. Und sie haben die Tränenklinge. Was aber irgendwie doppelt gemobbelt sinnlos ist, wenn man mal darüber nachdenkt, dass die Rüstungsdurchdringende Waffenschaden haben. Gut, ich meine, ähm, das ist ein Effekt, der bufft dann sozusagen die Verbündeten. Aber trotzdem bin ich jetzt eher so mittelmäßig angetan von ihnen. So genau, ihr werdet jetzt hier den Feind hier mit euren Schleuderattacken angreifen. Die Schattenläufer können wir jetzt hier auch noch. Ihr bleibt da vorne. Ihr macht hier ein fröhliches Bombardement. Ihr werdet den Feind hier einfach willkommen heißen, wenn er denn kommt. Das Problem aus meiner Sicht für die Ashen Triaden ist, es sind zu wenige. Das ist meine Sicht der Dinge. Es sind einfach zu wenige, als dass die was Sinnvolles reißen könnten. Genau, dann kann ich euch nämlich hier da vorne hinstellen. Der Ashen Zauberer. Ich glaube nicht, dass der viel anrichten kann. Ah, du bleibst nochmal hier ganz kurz stehen. Also gut, Aufstellung starten. Und go. Du musst ja diesen Schritt nach vorne tun. Und wir ziehen uns ein bisschen zurück. Aber man sieht schon hier, der Schaden ist ganz gut. Attacke. 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 Jetzt habe ich mal diesen Move hier gerade eben gemacht, ne? Ihr seht, ne? Das macht ganz gut Schaden hier. Jetzt machen wir die Ratten hier fertig. Und wir haben schon gewonnen. Äh, nicht Ratten fertig machen. Wir sind ja die Ratten. Egal, das ist ein Reflex. Ratten hassen auch Ratten. Hey Ranger, grüß dich mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Besser hoffentlich als mir, denn ich hab seit gestern Abend Kopfschmerzen. Krapidus der Dritte oder Meister des Krapfs will gerne Destroyer haben. Okay, ich sehe schon, wir werden eine ganze Menge jetzt hier wieder benennen müssen. Also erstmal ist hier der Wunsch von, äh, von, äh, von, äh, Belrea, eine Stadt Daxbach. Gut, nochmal mit Daxbach. Gut. Oh, geil. Oh, geil. Plötzlich haben wir einen Nahkampfangriff. Das ist eine schicke Map. Äh, schickes Ding. 15 Prozent. Oh, das finde ich gut. Wir gehen hier direkt auf Stufe 2, würde ich sagen. Flügel und besetzen. Äh, dann machen wir hier daraus jetzt hier nicht Dorf des Mondes, sondern das wird jetzt hier der Daxbach. Äh, das werden wir reparieren. Generiert Einkommen. Ne, hier muss ich jetzt mal dafür sorgen, dass ich jetzt hier mal die Skarven bekomme hier. Ne, Schackenläufer und so weiter und so fort. Das sind unsere Haupteinheiten. Äh, ich stelle mich hier keck da, äh, in, 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 in den Weg. So, jetzt haben wir schon zwei Level-Ups. Wir machen das inspirierende Gegenwart und den Infiltrator, um die Schattenläufer und Gossenläufer zu stärken. Hier haben wir einen Level-Up. Warpstein, Wurfstern. Ich will die anderen Zauber so bald wie möglich haben. Ein Ort Rattnest. Äh, Zauberer kannst du gerade mal für mich zusammenfassen. Also wir haben ja jetzt Daxbach gemacht. Gibt's neben, äh, Rattnest auch noch mehr Wünsche für Siedlungsnamen? Ich bin heute echt nicht gut, äh, wegen den Kopfschmerzen das selber irgendwie zu machen. Schattengeschäfte. Genau, wir haben auch noch die Clan-Verträge mit den anderen Fraktionen. Hallöchen, Josh, grüß dich. Die zwei Jahre sind voll. Dankeschön für deinen 24. Sub. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Besser als mir, hoffentlich. Lager infiltrieren. Grüß dich, Josh. Schönen guten Abend. Schleichkundschaft. Ne, das machen wir alles gerade eben nicht. Und Shia Kogare. Ich grüß dich ebenso. Willkommen, willkommen. Wir spielen heute den Meister-Assassinen-Sneak. Hallöchen, auch eine Mikrowelle. Dankeschön für deinen Resub im dritten Monat. Jetzt bin ich gespannt, ob der hier noch ankommt oder ob er, oder ob er schlau ist. Die KI ist, wie so oft, nicht so schlau. Ähm, mehr 5 Punkte, mehr Nahkampfangriff. Gebe ich in diesem Falle mal denen. Was haben wir denn hier für eine Schlacht? Joa, jetzt haben wir halt noch mehr Pilz-Ragoo, ne? Alukali ist auch da. Dankeschön, Alukali, für den Resub im 6. Willkommen. Genau. Regel Nummer 1 im Skaven-Club. Man redet nicht über den Skaven-Club. Wie gesagt, deswegen heißt der Stream auch Menschengroße Ratten. So was gibt's nicht. Seht ihr hier Menschengroße Ratten? Ich nicht. Ich sehe hier jede Menge Orks, die Probleme machen. Mehr sehe ich gar nicht. Okay, äh, ich lasse mal das mit der Magie kanalisieren weg. Äh, warte mal. Ähm. Okay, das hat man selten, dass man so einen radikalen Vorteil hat. Spiel, war ich ein so braver Mob, dass ich sowas hier verdient habe. Bin sehr überrascht gerade eben, dass wir diesen High Ground aus der Hölle halten dürfen. Das ist ja mal episch geil. Äh, 1, 2, 3. Ihr seid die Nummer 2. Euch stelle ich auch wieder so hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Äh, 1, 2. Und die Nummer 2 macht dann mal den da. Du stellst dich jetzt noch in den Weg. Du gehst hier noch mit hin. Du gehst da noch mit hin. Wir haben halt wieder einen Kommandeur, der mir wahrscheinlich ein bisschen was... ...aufbürden möchte. Da kommt gleich noch mehr von uns. Okay. Also ich hab was getroffen, aber es war nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Du fällst mal besser zurück. Du auch. Also diese Dinger haben auch immer die Angewohnheit, nicht auf das richtige Ziel zu schießen, ne? So, zieh dich zurück. Snicksh hat jetzt dummerweise schon irgendwie einen Nahkampf, den ich nicht wollte. Oh, das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Guck mal, da ist nicht viel übrig geblieben, ne? Ja, also ich hab ein ganz mieses Gefühl, was Snicksh angeht. Jetzt renn weg, Snicksh. Du musst jetzt hier nicht draufgehen, Junge. Mach dir mal unsichtbar. Ach, ich hab ja noch Verstärkung bekommen oder sowas ähnliches. Wo sind die denn da hinten? Jetzt haben wir uns hier gerade eben nochmal verlangsamt. Dass die nirgendwo hinrennen können. Zurückziehen. Ihr verfolgt die hier. Du greifst jetzt den hier mal an. Ihr greift die da erstmal mit an. Da hat der Ashen-Zauberer tatsächlich den Orc getötet. Naja, nicht getötet, aber auf jeden Fall schwer verletzt. Sowohl in seiner Würde als auch in allem anderen. Hi, Bullum. Schönen guten Abend. Willkommen. Und Hallöchen auch in den Mr. Bezirkschaumstand, Feger. Grüße, Grüße, Grüße. Äh, Shia Kogare ließ gerade eben Aufstieg des Nagash. Da gibt's auch keine Ratten. Ja, natürlich gibt's keine Ratten. Das ist völlig absurd. Menschen, große Ratten. Also, wer das glaubt, der muss sich einliefern lassen. Gebratene Steinpilze, genau. Mit Wildschwein-Omelette. Eigentlich ist das ja so, also das, was uns hier gerade eben geliefert wurde, ist eigentlich so ein richtiger Jägerbraten, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Obelix wäre auch begeistert. Okay, Belrea kann sich nicht helfen, er feiert die grünen Geschosse des Skavans. Ja, das hat der, 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 der Warpstein. Der leuchtet nicht nur im Dunkeln. So, äh, wir holen uns wieder Nahrung. Genau, Samudan. There's no such thing like a Skaven. Wir haben einen Skryer-Vertrag erhalten. Trennsturmklinge soll ich nun drei Schlachten gegen Katai gewinnen. Wir haben die Intrige des plötzlichen Todes. Und sagen jetzt weniger für Skavansklaven. Das ist toll. Äh, wir haben wieder ein Level-Up. Ihn schlüpfrig machen wäre nicht schlecht. Aber was ich tatsächlich eher mache, ist hier den Infiltrator erstmal verbessern. Und was können wir nicht hier noch für Zauber? Also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit giftiger Regen. Jedes Mal, wenn wir zaubern, für 8 Sekunden werden die Gegner dadurch debufft. Äh, Schwefelsprung. Kann er sich selber weg teleportieren. Beziehungsweise er kann sich, äh, tatsächlich eher selber in Schleiche verwandeln. Und nicht entdeckt werden. Dann Rüstung der Finsternis. Rüstung und Geschossresistenz. Schleier der Schatten. Das ist ein Mahlstrom, der keinen Schaden verursacht, aber Gegner auf den Boden wirft. Also ihr seht, das ist eher so ein Crowd-Control-Zeug. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das mag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Das hier ist auf jeden Fall mehr Geschosse. Wir machen mal die Warp-Wurf-Standung. Das macht immerhin Schaden. Da kann ich immer noch nichts tun. Den hier muss ich eigentlich loswerden. Ja, wir kommen aber nicht dran. Das ist das Problem. Also gut, dann machen wir erstmal hier weiter. Dass die Schattenläufer und Gossenläufer mehr Nahkampf- und Fernkampfschaden machen. Äh, wir brauchen auf jeden Fall mehr Truppen. Ich hole mir auf jeden Fall nochmal zwei Schattenläufer. Und zweimal Skavensklaven, einfach damit wir mal ein bisschen was in Truppen haben. So, als nächstes, hier kommen schon nochmal die Gossenläufer. Ja, wobei doch, komm, ich überspringe das mit denen da. Ich gehe direkt auf die Gossenläufer. Einfach mal ein paar Skavensklaven in die Truppe rein rekrutieren. Hier haben wir ja schon mal ein paar. Durch den Erdgeist. Und wir erweitern noch unser Repertoire. So. Da wäre noch Clan Kritzer, aber die wollen nicht so richtig mit uns. Ah, wir haben einen, ähm, Vertrag erhalten. Hier. Clan Morse, erhöht euer Ansehen im Clan Scribe. Im Clan Scribe. Gewährt euch Nahrung und füllt eure Schatzkammern. Mhm, 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 mhm. Nach dem letzten Sitzung des Rates der 13 in Skavenblight ist Herrscher Morse Ketar des Clans Dryer gegenüber dem Clan Morse misstrauisch geworden. In seiner verschlüsselten Botschaft ersucht er die Dienste des Clans Eschen und fordert, dass diese die Aktivitäten des Clans Morse ausspüren und ihm Bericht erstatten. Erhöht euer Ansehen, bla bla bla. Also da müsste ich jetzt halt jemanden hinschicken. Ich würde 5 Nahrung und 500 Gold bekommen. Das Problem ist, ich habe gerade eben noch nicht die Charaktere, das zu tun. Wobei doch, ich könnte einen Assassinen schicken. Ich könnte einen Assassinen schicken. Ich nehme mal diesen Assassinen. Dann haben wir auch gleich wieder einen Namen, den wir vergeben können. Ich muss gerade eben mal wieder schauen, ne. Sekunde. Welche Anfragen schon da waren. Ah, und welche vor allem wir schon gemacht haben. Wir haben den Dachsbach gemacht. Eine einer, die ich länger behalte, Notfallwegzehrung. Moment. Ja, auf jeden Fall die Gossenläufer. Ah, also das ist jetzt hier erstmal Notfallwegzehrung. Ob ich das richtig verstanden habe. Leuchtebohrer für die Warpbohrer. Irgendein Magier Ratsputin. Das müssen wir später noch machen. Irgendein Charakter Ratatouille. Dann wird das jetzt, glaube ich, ein Ratatouille. Den ich gerade eben hier geholt habe. Ratatouille. So. Gott, französische Name. Ich sage es euch. Hallöchen Robo-Key. Ob sich der DLC mit dem Meister-Assassin lohnt? Ich bin schon der Meinung, dass es einer der Besseren ist. Bin ich der Meinung. Definitiv. Wenn du ihn dir holst, gerne bei meinem Partner schon Gamesplanet, mein Lieber. Über meinen Link. Würde mich freuen. Aber du darfst natürlich auch erstmal ganz kurz zugucken heute Abend. Dann kannst du selber entscheiden, ob du der Meinung bist, ob sich das für dich lohnt. Da ist ja nicht nur Snick dabei, sondern da ist ja auch, wenn ich mich rechne, so eine Malus Darkblade dabei. Ich fand schon, dass die beiden eine coolere, also beide jeweils coolere Spielmechaniken haben. Mingle Fu heißt dann hier das andere Dorf. Moment. Mingle Fu. Meister des Craps. Genau, müssen wir später noch machen. Ein Ort nochmal. Red Nest. Eine Stadt nach Stakistan. Ja, das wird aber noch brauchen, Leute. Das wird noch brauchen. Das wird leider noch brauchen. So, jetzt können wir uns das mal anschauen. Also, wir können jetzt hier versuchen, diesen Vertrag umzusetzen mit Ratatouille. Dann fehlt der halt für ein paar Runden, aber er bringt uns das hier mit. Dann haben wir diesen Vertrag jetzt hier am Stissel. Malus ist übel schwer, meint Sarkas. Tatsächlich habe ich das bis jetzt nie gespielt. Aber ich fand die Spielmechaniken cool. Nee, hier kann ich nichts tun. Hier kann ich nichts tun. Wir könnten aber nochmal einen weiteren Assassine holen. in dem Fall den ja als Reihenagenten. Und der heißt dann Okay, ich sehe gerade eben. Also, das ist ja kein Magier. Das wäre dann ein Ratsputin. Kann es sein, dass wir gar keinen Namen mehr haben? Ja, ja. Also, Destroyer wollte einen Kommandanten. Die Ewigen für eine. Okay. Hummel Survivor. Dann haben wir jetzt den Hummel Survivor. Schleich dich werden wir nachher machen, Chilwarik. So, aber das haben wir immerhin den hier schon mal. So, der kann, wie wir sehen können, Einheiten angreifen. Das finde ich ganz gut. Das werden wir mit ihm auch tun. Oh, der kann Truppen auffüllen. Wie macht der das? Man weiß es nicht. Gut, nächste Runde. Das Schöne ist, dass wir hier auch mit mehr Agenten arbeiten können. Das finde ich insgesamt besser als in Warhammer 2. Weil in Warhammer 2 war es einfach teilweise elendig schwer sinnvoll zu Agenten zu kommen. Ich finde, wenn man so ein Feature drin hat, dann sollte es nicht noch bei 1 oder 2 bleiben. Dann sollte man am Anfang auch schon 2 oder 3 haben, damit man sich überhaupt sinnvoll nutzen kann. Wegzehrung. Oh, Entschuldigung. Danke, Josh. Wo haben wir denn die Wegzehrung hier? Ja, ich habe mich verschrieben. Oh Gott. Ich bin heute Notfallwegzehrung. Wie gesagt, ich bin heute dank der Kopfschmerzen nicht so geil drauf. Die ewigen. Also ich merke es auch, dass man so ein bisschen matschig im Kopf ist. Hm. Ja, giftiger Regen. Jetzt gehst du schon mal an die da ran und greifst die an. Das hat leider nicht geklappt. Also die kommen auf jeden Fall noch nicht an uns ran. Die gute Nachricht ist aber, dass wir nächste Runde Moment, ich hole mir noch mal zwei von euch und zwei von euch können wir schon mal die besseren Einheiten hier rekrutieren. Und das ist meine große Hoffnung. Dass wir sehr schnell zu noch mehr Gossenläufern kommen. So, Plan für morgen übrigens. Ähm, wir spielen morgen tatsächlich, äh, etwas Ungewöhnliches. Morgen Abend habe ich vor Kerbal Space Program 2 mit euch zusammen zu spielen. Ich habe es schon angespielt, ich habe das Tutorial schon durchgespielt. Und ja, das Spiel hat ein Tutorial. Das war eine der ganz, ganz großen Probleme, die ich mit dem ersten Teil hatte. Die Einsteigerhürde ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so hoch. Und ich hatte dann doch durchaus Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem, was ich da bis jetzt gesehen habe. So, bis jetzt das Tutorial gesehen habe, ich hatte Spaß. So, sehr gut. Hier Chance für den Agenten. Die sind jetzt hier komplett abgehauen, wie ich sehe. Wow, der kriegt ja gar nichts hin. Also, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Und holen uns jetzt hier nochmal ein paar Gossenläufer. Die leider halt auch ein bisschen teuer sind, ne? Also, jetzt können wir nochmal ein paar Einheiten rausschmeißen. Halt nicht, ich will erstmal, ich will gucken, dass ich nicht versichert die Ewigen rausschmeiße. Ähm, hier haben wir dann nochmal ein paar Schattenläufer mit Schleudern. Ne, wir nehmen jetzt hier die Schleuderer der Gossenläufer. Ja, dann haben wir jetzt hier schon mal eine Fullstack, Freunde. Sind wir auf einem guten Weg jetzt hier. Und dann können wir denen hier so nach und nach alles wegnehmen. Hallöchen Friedrich, schönen guten Abend. Willkommen. Äh, Kerbal Space Program 2, Zinsch-Fan. Äh, ja, Devcon, ich weiß, aber das, was drin ist, wie gesagt, für den Anfang, für jemanden, der, äh, wie ich da noch nicht so viel gemacht hat, ist das schon mal ein schöner Anfang. Also, wie gesagt, das Spiel ist, äh, momentan noch nicht fertig. Ist erst in den Early Access gegangen. Aber ich bin bereit, es schon mal zu zeigen. Und ja, es ist auch für ein Early Access Spiel recht teuer. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Es ist sogar eigentlich sogar sehr teuer, aber, wie gesagt, das sagt ja niemand, man muss sowas kaufen. Ich sag bloß quasi, wer Bock hat, kann sie es holen. Und ich schaue es mir gerne mal an. So, schaffe ich es jetzt vielleicht endlich mal, den hier zu attackieren? Natürlich nicht. Einheiten angreifen. So, wir brauchen, wir brauchen dringend noch mehr Vergünstigung bei den Skavensklaven, ey, das ist ja überhaupt absolut nicht bezahlbar. Und die Schleudere sind so kriminell teuer. 35, 70, eigentlich müsste das vom Geld her gehen. Jetzt bin ich gespannt. Age of Wonders werde ich auf jeden Fall machen. Chiakogare. Age of Wonders ist für mich quasi sozusagen eine der frühsten Computerspiele Fantasy PC-Erfahrung gewesen, wo ich habe gesagt, das ist eines der besten Fantasy-Spiele, die ich auf dem PC vor 20 Jahren gespielt habe. Und alleine deswegen werde ich Age of Wonders spielen. Das reicht mir schon völlig aus dafür. Hi, Kaffee Rausch. Dungeons 4 muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nichts darüber. Also ich weiß auch nicht, wie das ist. Da musst du mir erstmal noch ein paar weitere Informationen geben, was das ist. Ich weiß halt, dass Age of Wonders 4 rauskommt. Vielleicht war es auch ein Verschreiber oder so. Hallöchen Erich Zahn, willkommen. Natürlich mache ich jetzt Stellaris First Contact, gar keine Frage. Jetzt müssen wir erstmal das hier und dich da noch mit rein. Ja, ihr steht da vorne. Dann die Schleudertruppe hier. Drei. Ihr stellt euch als Zweiter davor. Ihr da noch mit hin. Und dann hätte ich ganz, ganz gerne hier eine Truppe, die ein bisschen was aufhalten kann. Ach Gott, stimmt ja, ich habe ja noch die Skavensklaven hier mit den Speeren. Cool. Na dann. Dankeschön an Marco und an Nurgle für eure Prime Subs. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Ne, der ist schon wieder so ein Bogenschütze, den ich nicht leiden kann. Ich weiß schon, was ich mache. Vorwärts mit euch. Oh shit, die waren hier gerade gecached. Lauft. Warum haut ihr so ab? hoch, die war, Watch, watch. Skavensklaven. Ja, die war. Die die. Die. Ja, da haben die Warpbore hier schon mal ein bisschen was angerichtet, aber ich glaube die Warpbore sind auch damit so gut wie tot. Der hat gesessen. Und die Loyalty Master. At once. Death Master Snitch. Back underground. Kommt, holt euch diese Bande hier. Genau. Also das Schlimme ist, dass ich glaube ich die Dingens dadurch jetzt gerade eben verloren habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Bei den Warpbore haben kein gutes Gefühl, dass sie noch existieren. Ah, der gegnerische Kommandant ist besiegt. Das ist gut. Ihr könnt da angreifen. Äh, ne ziehen schwer in die Kosten alle gleich wie es schon Friedrich geschrieben hat. Das unterscheidet sich nicht. So, jetzt verfolgen wir mal die Bande hier. Wer verfolgt denn hier nichts? Ich möchte, dass ihr verfolgt. Danke. Ihr könnt aufhören zu schießen. Jetzt wird es für mich nämlich schon entscheiden, dass wir die jetzt hier alle ausschalten. Geholt sie euch. Geh! 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 Okay, hier ist auch noch einiges, was wir abfangen können. Interception. Interception. Basis fragt mich gerade eben, was ich eigentlich von Wild Orcs halte, ob die abgesehen von Wurzak es irgendwann mal wert sind. In meinen Augen, nach meiner persönlichen bisherigen Erfahrung, nur mit Wurzak. Wurzak gibt ihnen einfach noch so diesen nötigen Kick, sage ich jetzt mal. Ich gebe zu, dass ich aber auch deswegen bisher kaum mit ihnen mit einem anderen Kommandanten gearbeitet habe, weil jeder der anderen Grünen heute normalerweise eine sehr, sehr hohe Spezialisierung auf irgendeiner Art von Einheit hat. Wie zum Beispiel Schwarzaus und Grimgog oder Azak mit den Moschas, Skarsnik mit den Gobbos und so weiter und so fort. Da gibt es eigentlich aus meiner Sicht wenig Gründe, die Wild Orcs mit irgendeiner anderen Fraktion zu nehmen. Außer mit irgendwelchen anderen Kommandanten. Aber tatsächlich war da bis jetzt auch eher so meine bisherige Erfahrung, die sich aber nur auf Wurmer 2 bezieht, dass sie sich nicht lohnen, weil sie einfach zu anfällig sind und ihnen einige Boni fehlen. Und wenn, dann sowieso eher Wild Orc Moschas, weil die sind wiederum gut. Aber können halt Schwarzaus nicht das Wasser reichen. Beziehungsweise die normalen Moschas, je nachdem, gegen was man kämpft. Alle Wild Orcs. Ja, nee, da muss man unterscheiden. Also wie gesagt, Wild Orc ist nicht gleich Wild Orc. Es gibt Wild Orcs, es gibt Wild Orc Moschas, es gibt Wild Orc Reiter, es gibt Wild Orc Moscha Reiter. Die kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist, die haben unterschiedliche Aufgaben. Tatsächlich, wie gesagt, in der Regel nicht. In der Regel nicht. Also, sie sind in dem Fall trotzdem in der Regel nicht gut genug. Ja, Erich Zahn bezieht sich jetzt hier wieder auf Mods. Wie gesagt, ich rede hier von, äh, von dem normalen Vanilla-Spiel. Klar, mit Mods kannst du ja alles machen. Mods gibt's allerhand Zeug. Und natürlich gibt's da sicherlich auch, äh, welche, die richtig gute Sachen mit den Wild Orcs machen. Aber so im Vanilla-Spiel hatte ich bis jetzt nie den Eindruck, dass sie sich lohnen würden. Außer mit Brotsack selber. Sie sind eher so nice to have. Was sie halt können, ist halt wirklich eine absurde Menge an Nahkampfschaden rauskloppen. Aber ich sag's mal so, das können halt die anderen Orcs ja auch. Und die anderen Orcs sind dann meistens nicht ganz so anfällig für, ähm, Beschuss. Die Praxis grüßt dich. Die Praxis meint, gegen Dämonen sind sie sowieso nicht so effektiv. Naja, also wie gesagt, die sind halt so, ja, ich mein, das sind normale, das sind die Moshas, die erkenne ich schon direkt. Die Moshas haben auch Schaden gemacht, wie man hier sehen kann, ne? Aber trotzdem, so richtig. Ey, wir haben die Dinger wirklich verloren. Nein, die Leuchtebohrer, die ich auch völlig falsch geschrieben habe. Sie sind weg. Meine Schreibschrift Schande ist gestorben. Schade. Dann müssen wir es halt anders machen. Also, wir haben unsere Bohrer leider verloren. Ähm... Den kriege ich jetzt hier nicht. Schade. Wir können noch für 188 irgendeine Einheit jetzt hier rein rekrutieren. Ja, komm, lass es nochmal ein ganz normales Gabensklave sein. Du kannst hier nochmal diese Einheiten angreifen. Das jetzt auch endlich mal geklappt hat. Ich bin begeistert, dass hier mal was klappt. Aber die Siedlung durften sie nicht packen. So, unser Weg führt jetzt hier nach Kumlan. Mh... Expertendieb. Plötzlicher Schreck übrigens ab Rang 8. Mehr Erfolgschance für Hinterhalt für seine Armee. Chance auf Abwehren des Hinterhalts. Mh, Führerschaft bei Hinterhalten. Feindliche Führungsstärke minus 5. Nahkampf plus 6 während Hinterhalten. Huscht schnell, rasch. Bewegungsgeschwindigkeit auf der Kampagnenkarte. Gelände erfahren für die gesamte Armee. Das ist krass. Angriffsbonus für die gesamte Armee. Verbergt, versteckt sie. Ja, Verhüllungsbomben für die gesamten Schattenläufer und Gossenläufer und noch mehr Geschwindigkeit für Infanterie. Unterhalt reduzieren für alle Einheiten. Nahkampfabwehr für Snitch selber. Und last but not least nochmal minus 8 Kontrolle. Feindliche Führerschaft minus 8. Das ist eine geile Kombination. Hier minus 8 und hier minus 15 hat schon mal minus 13 feindliche Führerschaft. Wobei das hier als nur bei Umkreisung oder Belagerung aber trotzdem das ist das ist schon mal was. So, Infiltrator. Sturmraten Todesläufer. Ja, das werden wir später für die Todesläufer machen müssen aber vorher machen wir jetzt erstmal die Marschierung. Ne, Snitch kann kein Reitier haben. Snitch ist einfach nur ein Ratfu-Kämpfer. Der muss zu Fuß unterwegs sein aber der ist auch gefährlich genug. Der ist gefährlich genug. Rat Karuta. Ach, wie cool. Seitenwaffe. Ähm Ich gebe ihm mal Ich gebe ihm das Rat Karuta und noch mehr Nachkampfabwehr. Und jetzt müssen wir mal gucken also Geld haben wir ja. Ich hole ich hole mir erstmal nix ne, ich brauche erstmal mehr Kohle. Das ist das Problem. Ich bin so froh dass wir jetzt hier nicht gleich schon Krieg gegen irgendwelche Jade äh Kartei Drachen Abkömmlinge haben. Ne, das hätte auch ätzend werden können. Vertragslücken Snitch der Meisteranwalt mein Paar. Ja, ja Ja, ja Ist nicht mal unbedingt völlig von der Hand zu weisen dass sowas durchaus auch sinnvoll sein kann in seinem Falle wenn er so Verträge schließt ne auch Vertragslücken zu kennen. Ich gehe schon mal hier hoch und gucke mich mal hier um Ah, er ist wieder da Geil Dann mein bester darfst du dich der Armee nächste Runde anschließen Was ist eigentlich das auf der höchsten Stufe dann bekommen wir nochmal Eschentriaden Todesläufer und Eschenzauberer Ja, aber ich mache jetzt mal das da Gott, wird es teuer Schlimm, schlimm, schlimm Schlimm, schlimm, schlimm Schlimm Äh, gucken wir mal die Schattengeschäfte an Aber ich brauche Ich bräuchte eigentlich einen Agenten der nur solche Sachen macht Einen Agenten der nur so was Aber haben wir nicht Können wir also momentan noch nicht machen Jetzt habe ich es gejinxt mein Josh Ja, habe ich Na und Ändert das irgendwas Ich behaupte nein Meistens sind sie am Anfang noch ein bisschen zu schwach in den ersten 20, 30 Turns Aber dann geht es meistens los Dann muss man halt vorbereitet sein Hallöchen Daniel Dankeschön für deinen Reset am 21 Schön, dass du da bist mein Lieber Willkommen Okay Also der ist es da rein Ich könnte sie die Garnison angreifen oder einfach die Armee angreifen Ich greife die Armieren Noch mehr Spezialistentum Ich werde erstmal hier kurz mal Belagerung fortsetzen Dann schmeiße ich einen von diesen völlig sinnlosen raus Nehme dich hier rein Jetzt haben wir halt die große Preisfrage Können wir das angreifen Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache Ich könnte versuchen mit dem Mörser hier Dinge wegzubomben Ich probier's Vielleicht klappt's ja Maybe it works Willkommen zurück Zauberer Ich habe ein paar Namen vergeben Zauberer Ich weiß gerade eben bloß nicht mehr welche So die letzten paar haben wir noch nicht vergeben Ja wenn man jetzt einen Wormsteinbohrer hätte Ja Ich habe den leider Leider auf dem Feld der ohne Ehre gelassen Für Skarven gibt es kein Feld der Ehre Das ist Da sind eigentlich paar Minuten beim Wegrennen Nee Aber wir haben auf jeden Fall genügend Möglichkeiten über die Mauer zu bombardieren Defcon macht Wild Org Pilzbier Wenn ich so ein Pilz habe Oh ich frage mich ob in der Warmer World eigentlich Pilz verboten ist genau deswegen Ich glaube das hier ist so eine Map bei der einfach alles scheiße ist zum angreifen außer vielleicht dieser Weg Ich glaube Ich glaube tatsächlich dass die KI mit diesem Weg nicht so gut klar kommt Wir werden es jetzt aber einfach mal ausprobieren Ja lasst es uns einfach mal ausprobieren Vielleicht kann ich hier ja ein zwei Dinge machen Drei Du gehst noch dahin Ja so viele Optionen habe ich gar nicht mehr Und du noch dahin Die Haunders toll y'all schön alle näher ran Und die Fernkämpfer haben wir totgeschossen Schießen die auf den Kommandeur Der soll nicht auf den Kommandeur schießen Der soll auf die da schießen Deine Joll Bon Deine Er So, wir haben schon den Nahkampf jetzt hier angefangen. Wie der einfach weg rennt. Sehr schöne Treffer. Na ne warte mal, ich sag mal einfach mal stopp und einfach jetzt wieder fired will. Stopp, fired will. Hier kommt es auch näher ran. Gut, jetzt schicken wir mal ein paar Skavensklaven rein. Guck mal, die KI ist nicht dazu in der Lage. Wenn die KI schlau gewesen wäre, hätte sie ihre Bogenschützen hier oben hingestellt. Prosit Alokale. Na, schaffst du es dein Zauber zu wirken oder schaffst du es nicht? Ich glaube, ihr schafft es nicht. Feuer frei. Nein, bombardiert hier. Okay, ihr hört wieder auf zu schießen. Oh, dieser miese Ork, ey. Ihr bleibt hier stehen. Wobei, ich bin mal beim überlegen, ob ich einfach mal hier hochklattern lassen soll. Dann können wir nämlich diesen Innenraum einnehmen. Wenn wir den Innenraum hier haben, haben wir gewonnen. Oh ne, warte mal, ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen das nicht. Wir machen das auf gar keinen Fall. Der rennt hier immer noch rum. Der ist zu doof zum Fliehen, ich sag's euch. Der flieht nicht. Schaffst du es jetzt, Eddie mal einen Zauber zu casten? Nee, das schafft er glaube ich nicht. Der versucht immer noch zu casten, wird es nicht hinbekommen. Es sind schon einige Skaven drin, aber einfach noch nicht genug. Halöchen, Onki Hotte. Und Halöchen auch an Simon willkommen. Und Pinsi ist auch da, grüß dich Pinsi, mein Lieber. Hallöchen auch an Marunga und Crow ist da, willkommen, willkommen. Gerade mal Zeit mal wieder auf den Chat zu gucken. Bei all dem Wahnsinn, der hier passiert. Jetzt hole ich euch mal da rein, dass ihr schießen könnt, kommt. Ich kämpfe hier gerade eben mit meinen völlig unterlegenen Nahkämpfern, die echt nicht gut sind für diesen Kampf. Äh. 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 Hä? Wo kommt denn? Nein! Nein! Hört auf! Hört! Äh. Pause, Pause, Pause. Shit. Ja, jetzt kommen die denn doch? Ne, die kommen da unten raus. Ah, Gott sei Dank, sie kommen doch da unten raus. Boah, ich dachte gerade eben schon. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Warum rätst du dann den vorbei? Alle Mann rein jetzt. Hier auch rein. Haha, nur noch bei Pause. Ja und? Haha. Ich war gerade total irritiert, weil das so aus, als ob die da oben raus kommen würden. Ich bin total gewundert, warum aber es ist halt einfach wieder mal so ein Bug, einfach ein Anzeige-Bug, der aber überhaupt gar keine Gameplay-Relevanz hat. Chisival Sanita Herr Fiffen! Priimt sich auf Prinzessin, aber sagt das den Skaba nicht. Sonst sind sie am Ende noch sauer. Okay, er kann von da oben aus nicht casten, so wie es aussieht. Tom, grüß dich. Ich frage gerade eben, hast du einen Tipp, wie man gegen immer wieder verschwindende Tiermenschen machen kann? Ich habe eine Armee, von denen in meinem Gebiet immer wenn fast dran bin, verschwinden sie und tauchen später wieder auf. Ja, die haben sich in dem Moment dann halt einfach in ein in ihren Hinterhaltslager zurückgezogen. Ich würde an deiner Stelle versuchen, ihnen aufzulauen mit einem eigenen Hinterhalt. Also, da wirst du einfach nicht drum rumkommen, als selber einen Hinterhalt zu setzen und dann hast du wahrscheinlich eine Chance, sie zu stellen, dauerhaft zu stellen und zu vernichten. Aber die sind wirklich ätzend. Das kenne ich selber. Tatsächlich kann man nicht allzu viel anderes gegen sie tun. Also, du kannst, du kannst auch Helden noch hinstellen, in der Hoffnung, dass du dann sie aufdeckst. Aber die Chance, dass das gelingt, ist eher gering. Weil dieses Tiermenschenlager kann man zwar aufdecken, aber wie gesagt, das ist verdammt schwer. Also, es ist einfach sehr viel Glück dabei. So ziemlich der, 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 der beste, ähm, die beste Hinterhaltsstellung im Spiel in meinen Augen. Ja, genau, Candy meint gerade eben, oder du machst die Lagerstellung, du hast plus 75% Chance auf Entdeckung von Hinterhalten. Ja, aber wie gesagt, also, selber einen Hinterhalt legen ist eine Strategie, oder das, was, was, was Candy gerade eben sagt. Aber ich weiß nicht, ob da, wie, wie, wie hoch der Bonus, äh, für die Hinterhaltsstellung letzten Endes von dem Tiermenschenlager ist, weil das ist auch schon ein ziemlich taffer Wert. Ich mache meistens einen Konter-Hinterhalt, also meinen Weg, das zu tun. Skarven glaube ich das sogar, dass sie selber Mauern erklimmen. Auch Tiermenschen würde ich das teilweise glauben. Okay, denen ist jetzt hier leider weitgehend die Muni ausgegangen. Wir müssen mit mehr Fernkämpfern da ran. Ich muss halt irgendwie auf Snickshy wieder ein bisschen aufpassen, ne? Der hat auch schon wieder genug Schaden gefressen. Es wird mal Zeit, dass jetzt hier mal unsere Gossenläufer ein bisschen Schaden machen. Vor allem durch Geschosse. Da sind wir halt saustark gegen die Wild Orcs. Jetzt haben wir gewonnen. Na also. Mit der Hauhook-Methode. Genau, äh, Friedrich meint gerade eben, äh, mit der 75% Deckung auf Hinterhalten, dass die Tiermenschen gerne halt auch mal außerhalb der Sichtweite sich dann hinsetzen. Die KI weiß das halt. Äh, also ich fahre persönlich sehr, sehr gut mit der Konter-Hinterhaltstaktik. Das kann halt manchmal einfach ein bisschen dauern, ne? Also im Zweifelsfall halt einfach, wenn du weißt, sie sind hier und sie wollen diese Siedlung plätten, gehst du, äh, an den Rand der Siedlung ran, sodass du den Hinterhalt setzen kannst, aber immer noch verstärken kannst. Also wenn die Siedlung angegriffen wird. Und dann machst du da einfach den Hinterhalt und dann gucken sie meistens drum aus der Wäsch. Okay, das ist geil. Wir gehen hier direkt auf Stufe 3. Plündern und besetzen. Sehr gut. Okay, mehrere Siege über Grün heute. Hm. Okay, DEFCON kann das Spiel Mark of Chaos nicht starten. Aber es ist auch schon ein sehr viel älteres. Das habe ich auch gehabt damals. Gut, damals auch sehr gefeiert, muss ich zugeben. So, Warp-Bohrer wären jetzt hier wieder möglich. Äh, ich hätte gerne Warp-Bohrer, wenn ich ehrlich bin. Ja, das machen wir hier rein. Und ich hätte gerne mehr Wachstum. Das hier brauchen wir nicht unbedingt. Das kommt raus. Das war auf jeden Fall sehr teuer, das Ding hier auszubauen, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Und jetzt gibt es nur noch das hier. So, jetzt können wir nochmal eine weitere Siedlung benennen. denn jemand hat ja schon vorhin gesagt, ich möchte gerne eine Siedlung. Pudding-Werfer, so die Mörser, haben die noch gar keinen Namen? Ne, die haben noch keinen Namen. Okay, das sind jetzt hier die Pudding-Werfer. Die Pudding-Werfer. Mh, haben wir, haben wir, glaube ich, schon, Skarvensklaven, die Ewigen, haben wir schon. Starkistan, aber das ist hier Starkistan. mit großem Tee. Genau, Starkistan. So, Starkistan ist diese Siedlung jetzt. Und jetzt müssen wir nur noch ihm hier dieses komische, äh, Jadewind-Gebirge wegnehmen. Den Kollegen lassen wir. Hier haben wir die Level-Ups. Zwei auf einen Schlag. Einheitenerfahrung plus 40 für die gesamte, alle Armeen in der Provinz. Okay, alle Armeen in der Provinz ist sehr nett. Hier noch eine Seitenwaffe für noch mal ein bisschen mehr Nahkampfangriff und Schaden. Snick freut sich nun über den Experten-Deep für mehr magische Items. Truppen auffüllen einmal. Und ja, schmutziger Kämpfer. Nächste Runde. Hallöchen an Nelsk. Willkommen, willkommen. Hallöchen auch an Klausek. Schön, dass ihr da seid. Nelsk meint, was glaube ich, wann kommt der Chaos-Zwerge DLC? Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, von der persönlichen Erfahrung her würde ich in solchen Situationen immer davon ausgehen, schau dir an, wann hat CA diese ersten Teaser immer gemacht für einen DLC. Und dann kannst du das feststellen, dass es eigentlich immer so ein bisschen mehr oder weniger derselbe Zeit Rahmen. Also in Punkto Wochen beziehungsweise Monaten. Es ist immer ungefähr ähnlich. Klausek meint deswegen April. Wäre, wenn man es nachrechnen würde, wahrscheinlich sogar möglich. So, ein brutales Geschäft. Schön, das bekommen wir jetzt. So, als nächstes müssen wir uns den Schattenumhang holen. Boah, guck mal, wir müssen uns die Führerschaft und weniger Nahkampfangriff. Oh, Clan, Chris, hast du nicht gut. Bimo, grüß dich. Ja, also jetzt müssen wir uns das Ding hier so nach und nach mal holen. Was heißt so nach und nach? Also das ist das nächste Ziel. Das jetzt hier ausschalten. Hummel Survivor, Moment, warum hat der noch einen Nachnamen? Den habe ich, glaube ich, nicht rausgelöscht. So. Ja, von denen ist hier nicht mehr allzu viel übrig. Wir bauen noch die da aus und dann wollen wir solchen Garapult-Warlock-Techniker, solchen Priester, Wolfsratten, Meutenbändiger, das ist nichts, was wir so richtig brauchen als Clan-Ashen. Nehmen wir die Verteidigungsanlagen. Hallo, ich bin 3-Pack, grüß dich. Also wie gesagt, ich halte April plus minus definitiv auch für einen realistischen Zeitrahmen aufgrund dessen, was ich gerade gesagt hatte mit wie die normalen Abläufe sind. So rein zeitlich kommt das immer ungefähr hin. Das ist bei denen halt schon wirklich automatisiert, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das immer so quasi in denselben zeitlichen Rahmen in Anspruch nimmt. Es ist soweit. Ab jetzt haben wir Spaß. Wird Zeit, dass wir jetzt diese miesen, miesen Grün heute wegmachen. Dann haben wir mehr Zeit für diese für chinesisches Essen. Ninjager. Oh, das ist wirklich einen coolen Spruch, 3-Pack. Spaß mit Drachen. Genau, Josh. Ninjager. Finde ich gut. Nicht Ninjago, sondern Ninjager. So, mehr Waffenschaden und Fernkampfwaffenschaden für unsere Gossenläufer und Co. Geschwindigkeit für Infanterie finde ich gerade auch sehr, sehr reizvoll. Ich schaffe es halt tatsächlich nicht. Ja, ich greife mir die gar nicht so runter. Komm, was soll's. Das klappt natürlich nicht, aber für die XP machen wir es gerne. Dann leveln wir ihn hier. Stärker als er aussieht. Finde ich ziemlich cool. Ob ich mal die inspirierende Gegenwart. Wir holen uns hier nochmal ein paar Skavensklaven. Wie gesagt, Skavensklaven sind hier das Thema. Auch wenn wir die echt günstiger hinbekommen müssen. Die sind momentan alles andere als erbaulich günstig. Stakistan. Ja, Giftwindkrieger. Ja, Giftwindmörser. Mehr Giftwindmörser wären halt schon geil. Was kann ich denn diplomatisch tun? Gar nichts, ne? Ich bin ja wieder in so einem Land, in dem mich alle hassen. Hat die Frau eigentlich nichts zu tun, ey? Wenn ich Pech habe, gibt es bald einen Drei-Fronten-Krieg. Ach, was heißt Pech haben, Nelks? Das ist der normale Zustand, wenn ich spiele. Das ist doch völlig üblich. Ich weiß, Basis, ich habe überhaupt nichts erwartet, außer dass genau das passiert. Ich wäre fast enttäuscht, wenn es nicht passieren würde. Nee, wir machen den jetzt weg. Ich möchte ihn nun gerne entfernt sehen. Das werden wir jetzt einfach nur auf Level 1 besetzen, ohne extra Fleisch oder sowas zu nutzen. Wir haben die verdunkelte Sonne jetzt gerade eben sehr, sehr dunkel gemacht. Jawohl. Ja, und wie gesagt, jetzt müssen wir halt hier eine Verteidigungsanlage reinbauen. Auch wenn ich kein Fan von diesen Verteidigungsanlagen in diesem Spiel bin. Okay, ich schicke jetzt mal ihn da hoch, damit ich weiß, was da oben vielleicht auf mich zukommt. Hier laufen noch Tiermenschen rum, die lassen mich zum Glück in Ruhe. Die lassen mich zum Glück in Ruhe. Im Notfall, oh, hier ist übrigens auch noch ein gewisser Lokier, der mich leider noch nicht so... Warte mal, mit denen mache ich eine nicht andere Sprech. Der hat Ärger mit den himmlischen Loyalisten. Nein, das wollte ich nicht. Die himmlischen Loyalisten sind halt die, die da oben sitzen, aber ganz im Ernst, Hauptsache, ich habe mit ihm ein nicht anderes Pakt. Ich bin bereit, das zu machen. Jetzt habe ich zwar Stress mit denen, aber die haben selber genug Stress. Snicksh can do this. Snicksh macht jetzt erstmal hier Erfolg, Chance für den Hinterhalt plus 20% und so weiter und so fort. Diesen ganzen geilen Klabberadatsch hier in der zusammenhängenden Sache hier. Verhüllungsbomb. Minus 10% Unterhalt für die Truppen. Yes, please. Vertragslücken. Ach, wie schön. Jetzt machen wir auch wieder ein bisschen mehr Geld. Warpfeuerball verursacht mäßigen und magischen Feuerschaden. Große Explosionen. Ja, komm. Dass ich nochmal irgendwelche Fernkampf-Optionen habe. Noch mehr Truppen auffüllen. Chief Assassin. Yes. Master Assassin. Master Assassin. Wir brauchen nochmal mindestens zwei von denen. Und es bekommen wir eine Rebellion. Ja, geil. Kontrolle und Korruption. Wachstum. Ne, Nahrung. Wir wollen Nahrung generieren. Sieben Kriege auf einmal in Form 3. Ist ja völlig normal, mein Sarellion. Nicht völlig normal, aber es ist durchaus möglich, dass das hin und wieder vorkommt. Ja. Da werde ich auch demnächst darüber gesprochen haben. vor allem, dass es meistens sehr, sehr plötzlich kommt. Hallöchen Pessman. Ja, heute sind wir sehr, sehr rattig unterwegs. Guck mal, da sind die Orks übrigens schon wieder da. Instant. Nicht einmal Wasser hinzugefügt. Das ist quasi eine Trockenpackung Pilze. Die anderen sind noch nicht mal gekocht, also die haben nicht mal die Chance gehabt, kalt zu werden. Die sind einfach schon quasi jetzt schon da hier. Währenddessen ich mit denen hier schon mal gucken wollte, ob da was auf mich zukommt. Sieht aber nicht so aus. Okay. Wir haben einen Züchtervertrag erhalten. Aber erst mal gucken wir nochmal auf die Diplomatie, ob da irgendwas geht, weil er will noch nicht so bald. Immerhin haben wir Kontakt mit Ickett Claw. Was haben wir denn für einen Vertrag? Das bringt mal Nahrung. Ja komm Hummel Survivor Do it. Wir spionieren Clan Mors aus. Da schalten wir mit der Zeit ein paar nette Sachen frei. Hier Rüstung für Kommandanten finde ich cool. physische Resistenz Waffenschaden für Kommandanten Nahkampfabwehr für Kommandanten. Ansonsten haben wir leider nicht so viele Optionen. Zumindest noch nicht. Guten Abend Titanic Taucher willkommen. Basis Mein Mörb vergisst auch dass die Fraktionen ziemlich Player fokussiert sind. Ne das vergesse ich nicht. Das vergesse ich nicht. Wie gesagt ich werde demnächst darüber gesprochen haben. Völlig egal ob die durch drei oder andere feindliche Gebiete müssen. Das ist absolut richtig dass das der Fall ist. Aber ich vergesse das nicht. Es ist für mich bloß inzwischen schon so üblich dass ich es nicht jedes einzelne Mal erwähne. Das ist für mich also ach ja mal wieder ein ganz normaler Dienstag in der Warhammer World. Ne ich kann leider keine Helden rekrutieren. Also machen wir noch mal ein paar einfache simple Ratten hin. Minus 200 Wo hast du das gelesen Wotan? Wo? Findet einer weiß dann Cetra. Ja. Wo hast du das gelesen? Wo war das gerade eben? Haben wir da einen Bug vielleicht gesehen? Und wenn es einfach bloß ein Anzeigefehler ist? Genau 4 Ghoul. An einem Sonntag ist es ein ganz normaler Dienstag. Ich finde das hebt die Absurdität der Situation sehr gut hervor. Jetzt haben wir den 2 Fronten Krieg. Aber es ist nur ein 2 Fronten Krieg. Kein 3 Fronten Krieg. Hast du irgendeine Ahnung was in CL gehört warum sie den Player Focus und die Mortal Empires wieder drin haben? Nachdem so viele Beschwerden aus dem Bereich des Chaos runter genommen wurde der ist nicht mit Absicht drin. Das ist glaube ich schlicht und ergreifend einfach passiert. Warum weiß ich noch nicht. Ja ne ist klar. Jetzt hat die Elite aus der Hölle die sie hier ausgepackt haben. Wir werden sie versuchen totzuschießen. Bei den Verträgen. Ah da war was okay. Kann sein also wie gesagt ich glaube das sollte wahrscheinlich sein dass es wahrscheinlich minus 20 ist aber vielleicht haben sie da einfach einen ganz blöden Type drin. warum es keine Chaos Endgame Krise wie in Total War 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 2 gibt. Genau deswegen ich gehe davon aus genau weil es in War Hammer 2 schon im Grunde so war und sie das einfach nicht nochmal machen wollten weil die Leute vielleicht ansonsten zu genervt sind davon. Das ist aber nur meine Vermutung also gut ihr stellt euch so hin was ist ja der kann da stehen und bomben das ist gut die bleiben da stehen ok dann legen wir mal los die kommen gar nicht dann würde ich nichts gesagt haben dann würde ich jetzt erstmal schön bomben der Fokus in dieses Spiels ist auch glaube ich einfach am Anfang gewesen dass du halt auch eher Chaos spielst und deswegen ist es wahrscheinlich nicht unbedingt so angebracht jetzt hier daraus noch eine Endgame Krise zu machen wenn das eine der Haupt Fraktion hier ist wo immer zwei war Chaos auch eher so als Gegner gedacht Moment hue moment moment hat ne lustige idee Wie zauber ich denn das? Große, die Einheit kann nicht Kommandant oder Held unter 50... Hä? Ach, das ist die Einheit, ne? Moment, wenn die jetzt gleich unter 50% hat, dann werde ich das machen können. Glaube ich. Ah ne, jetzt konnte ich es machen, okay. Jawoll, okay, das hat reingehauen. Donnerkönig, grüß dich. Danke dir für deinen Resub im 32. Monat. Die bleiben einfach stehen. Hä? Ja, ich bin sicher. Sie sind bereit, dass du siehst. Sie sind bereit, dass du siehst. Sie sind bereit, dass du siehst. Ihr geht mal da hinten hin. Hm, hier sind noch die Fernkämpfer, die holen wir uns mal. Ihr bombt da drüben rein. Ihr bombt, ihr geht da dazwischen. Du machst das da, du das da. Da ist noch der General von Ihnen, der muss weg. Was für ein Chaos hier. Also die Armee, die wir haben, ist noch lange nicht ideal. Darf man nicht vergessen. Aber wir haben sie geplattet. So, macht der eigentlich noch irgendwas? Der macht nichts mehr. Hm, da komme ich aber glaube ich auch nicht mehr hinterher. Aber ich probiere es trotzdem. Halt, doch, ich kann etwas machen. Kommt schneller raus! Ja, also. Ah, in dem Zusammenhang müssen die minus 200% gesehen werden. Warte mal. Ist dickstieg gespielt, aber er hat ja auch den Fraktionsmatus. Ja stimmt, du hast recht. Das gleicht die plus 200% Kosten aus. Das macht Sinn, die Aussage. Habe ich gerade eben auch nicht mehr dran gedacht. So bezahlt er dann quasi wieder in Anführungszeichen normal. Ja, diese Schweinereider werde ich nicht mehr kriegen. Aber hier könnte ich vielleicht noch was machen. Ja, wobei. Die wurden auch erwischt. Hallöchen an den Ramsi. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Willkommen. Schön, dass du da bist. So, keine Einheit wirklich verloren. Wie gesagt, das muss ich ja nicht immer mit den Todesläufer umwandeln. Aber die A können wir die noch nicht produzieren. Und B sind die sehr teuer. Grüß dich, Ramsi. Bis jetzt finde ich persönlich sind nach wie vor die Gossenläufer hier so ziemlich das Beste, was wir haben. Wird Zeit, dass wir die noch besser werden lassen. Eine riesige Plänkelarmee muss es werden. Mit noch mehr Geschwindigkeit. Mit noch mehr Geplänkele. Ich nehme hier in diesem Falle die Kohle, denn wir können sie brauchen. Ja. Gott, redet der weit weg. Ist das alles hier noch mein Gebiet? Ist das alles noch mein Gebiet, ne? Ja. Ich kann alles hinterher setzen. Das ist gut. Und jetzt haben wir die Schwanzschlitze von Clan Vulcan bekommen. Da bin ich sogar fast nur überlegen, ob ich die reinnehmen soll in die Armee. Weil die einfach besser sind. Ähm. Nein. Das hier hätte ich gerne. Wir bewegen uns weiter mit Kampagnenkarte. Angriffsbonus und Gelände erfahren. Und unsere Truppen deutlich besser. Auch in Wäldern auf der Flucht. Erhüllungsbombe für den Magikus. Ich weiß nicht. Weiß ich noch nicht. Das ist ziemlich cool. Schwarze Wirbel. Schwefelsprung. Ich habe diesen Schleier der Schatten nie wirklich benutzt. Weil ich einfach nicht weiß, was ich von ihm zu halten habe. Mal den Schwefelsprung. Vielleicht taugt der ja was. Für ihn hier Giftattacken. Ja. Sehr gerne. Okay, wir legen mal hier die Skavensklaven weitgehend zusammen. Und holen jetzt hier die Clanratten hier rein. Und dann haben wir nochmal eine stabilere Truppe. Den Kollegen muss ich jetzt irgendwie zum... Ich weiß gar nicht, wo ich den hin bewegen soll. Wenn ich ehrlich bin. Erstmal dahin. Und dann weitersehen. Denn hier sind mehrere Siedlungen jetzt hier in Gefahr dadurch. Und nichts davon macht mich glücklich. Wirklich gar nichts. Hm. Warte mal, ich will nochmal überlegen. Das hier sind ja Gossenläufer. Und ihr seht, die Gossenläufer sind schon durch die Bank deutlich besser. Was haben die denn da noch für einen Skill? Die haben dieses Netz da. Was ist das? Fangnetze. Boah, die Fangnetze sind cool. Ich schmeiß euch raus. Und hole hier nochmal eine Truppe Gossenläufer rein. Lieber normale Gossenläufer. Dann haben wir nochmal Schattenläufer mit Schleudern. Die schmeiß ich auch raus. Und nehm lieber nochmal Gossenläufer mit Schleudern mit rein. Einfach weil ich ein bisschen mehr Quality Units haben möchte. Dann kann ich nochmal einen davon rausschmeißen. Und nehm mir nochmal wieder einen Warp Bohrer mit. Lass es zwei sein. So, jetzt wird die Truppe so nach und nach besser. Genau, Geschwindigkeit fürs Weglaufen, Kalvernos. Richtig. Ah, Rednest. Genau. Dankeschön, Zauberer. Hallöchen an den Yoshi. Grüß dich. Ne, ich habe überhaupt gar keine Mod drin, dass die Farben hier so saftig sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist einfach nur bei Clan Ashen. Das ist bei mir normal. Ich habe auch nichts extra eingestellt oder so. Hey, Scrolls. Grüß dich. Und Hallöchen auch an Dufsen. Schön, dass ihr da seid. Ja, da kommen sie jetzt an und wollen ihr Ende besiegeln. In diesem Falle nehmen wir die Nahrung. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mit der Armee kann man so langsam aber sicher ein bisschen arbeiten. Äh... Hier nochmal 10% mehr Geschwindigkeit für Infanterie. Das habe ich fast übersehen. Jetzt haben die halt hier schon eine Geschwindigkeit von 65 Sachen, Leute. Die werden halt geblitzt, ne? So schnell sind die. Die sind schneller als so manche Covenary. Zwar nicht viel, aber knapp. Vor allem durch diesen Fangnetzkram hier. Um sie herum, ne? Der Gegner nochmal 10% langsamer wird. Das macht schon einen Unterschied. So, was haben wir eigentlich hier? Oh. Hi. Habe ich direkt meinen Hinterhalt schon mal draus gemacht. Und wieder Nahrung. Hm. Tatsächlich finde ich im Englischen den Namen Sneak natürlich schon nochmal ein bisschen geiler, weil er halt de facto eine Anspielung auf Schleichen ist. Keine Ahnung, warum die denn im Deutschen den Slick umgewandelt haben, damals die Übersetzer. Wenn sie eher sowas wie Schleich oder sowas rausmachen müssen. Aber vielleicht ging das nicht wegen der Figurenherstellfirma. Gab es bestimmt irgendwelche Copyright-Probleme. Äh... Beziehungsweise Namenskollisionen. Ja, de Wing irgendwas. Ach komm. Machen wir hier rein. Ne, ne. Der heißt... Snicksch. Im Deutschen. Snicksch. Und im Englischen heißt er Sneak. Soweit ich weiß. Oder? Was hat das letzte Mal jemand das gesagt? Jemand hat es beim letzten Mal hervorgehoben, dass er im Englischen anders heißt. Ich habe es aber nicht selber kontrolliert, weil ich gehe normalerweise immer von den Namen aus, die hier dran stehen. Oder auch im Warmer Tabletop mir gesagt worden sind. Genau, Sneak. S-N-E-E-K. Genau. Und im Deutschen heißt Snicksch. Das ist halt dann doch auch inhaltlich ein Unterschied. Ach, Sneak ist sein Chef. Okay, ja. Dann macht das Sinn. Danke, Erichzahn. Danke für die Aufklärung. Das heißt also, es sind zwei verschiedene Charaktere. Dann heißt er im Englischen also auch Snicksch. Okay. Die Englischen sprechen ihn auch Snicksch aus. Ja, wie gesagt, wir haben es auch erklärt. Das war eine Verwechslung. Es ist nicht derselbe. Sneak ist sein Chef. Aber wie gesagt, ich bin, was ihr Clan Ashen angeht, definitiv nicht Lore fest. Gibt es auch einfach zu viel. Genau, das ist der Nightlord. Hm, 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 hm. Ich will dir den Mingescaven-Sklaven den Hinterhalt planen. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich möchte am liebsten dahin, nach Mingzhu, aber ich kann selbst diese Siedlung hier nicht angreifen. Also unser Ziel wird es sein, jetzt hier mal Mingzhu uns mal näher anzuschauen. Wir verbessern nochmal den Schwefelsprung, weil ich zum Ausweichen hin möchte. Ah, Züchterclan bringt mir nichts. Du hast Krieg mit den Nomaden und du hast Krieg mit denen. Leider will er immer noch keinen Handel treiben und er ist eh gleich vernichtet, dann hat es sich eh erledigt. Ich muss diesen Job hier gleich machen, damit wir das jetzt hier gleich hinbekommen, weil die fangen so langsam aber sicher an uns echt doof zu finden. Ja, manchmal ändern sie die Namen Basis, das ist richtig. Keine Ahnung, warum sie den Grimm Gorg im Deutschen genannt haben. Manchmal machen sie das. Was? Was? Du weißt nicht, wie der 327. Assassine von links im Kanon heißt? Oh mein Gott. Ne, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bin selbst bei den Hochelfen nicht 100% sattelfest. Auch einfach deswegen, weil einfach zu viel immer wieder mal von Edition zu Edition umgeschrieben wurde. Da gerate ich einfach durcheinander. Vor allem, wenn es lange hält, dass ich Sachen darüber gelesen habe. Boah, das gehört jetzt mir. Das ist nun meine Seidlung. Oder sollte ich sagen Seidlung? Ich geh schon in Deckung. Nicht, dass ich Reflexe auslöse. Ich will nur überlegen, ob ich dieses himmlische Kloster einfach angreifen soll mit diesen ganzen Skavensklaven. Das einfach mal niederreiße. Wow, als ob ich die alle verlieren würde. Ja, in sich doch. Gegen diese Bauernbande. Hallöchen Föhnchen. Schönen guten Abend und willkommen. Das gibt es ja wohl nicht. Gegen die da. Weil ich weiß, dass meine Einheiten hier Müll sind. Aber das ging gerade ein bisschen zu weit. Selbst hier ist das Spiel der Meinung, dass wir eigentlich ganz gut stehen. Ihr macht die Nummer eins. Ihr macht die Nummer zwei. Also. Euch stellen wir es mal so auf. Und euch so. Und euch so. Wir werden hier wieder in zwei Wellen agieren. Wie so oft. Ähm. Hier geht zwei da rüber. Okay. Das ist der Plan, Freunde. Und wir rücken einfach vor. Wir sind da relativ stumpf, was das angeht. Wir säubern. Wir sind da mit dem. Wir müssen jetzt ein Autoieren. Wir müssen jetzt ein Auto weg. Das ist gut. Jetzt können wir. Können wir die Fahrer. Alles gut. Wir müssen das jetzt. Und wir müssen das jetzt. Educate, dance through Shadow! Become a stone, or they charge at her! Cut slice! To the van in tide! Slingers! Now, let me now! Back on the ground! Agreed, yes! Good plan, plan! Tear apart! Da findet ein heilloses Gemäckchen statt. Ja, das ist es. so in den rücken schießen keine bedrohen bretonen mein gott warum könnte es nicht sagen habe noch nicht getroffen da rennen die erst ratten nichts anderes habe ich von ihnen erwartet die halten ganz schön was aus dafür dass sie zu viel in den rücken bekommen und da bricht jetzt hier auch der nächste damm dass hier so viel aushalten wundert mich ehrlich gesagt ja die jade krieger das sind keine normalen bauen können halt leider ein bisschen was ihr könnt ihr noch diese bauern schwerträger verfolgen die haben jetzt hier gleich keine lust mehr das ist gut jetzt geht ihr noch dahin damit die noch in den rücken werfen könnt ihr verfolgt das jetzt hier noch los und du auf den da und du die da bitte ja die speerträger halten sich gut aber sie haben auch den high ground gehabt noch zusätzlich und ich meine feige sind sie nicht die karteier definitiv nicht wenn ich darf nicht vergessen unsere einheit sind wirklich crap wir haben nahkampf angriff von zwölf da gibt es eigentlich fast nur noch zombies die schlechter sind ich glaube sogar dass zombies mit hilfe von skills sogar noch besser werden als die sind gewonnen okay damit können wir diese siedlung schon mal plündern oder sogar zerstören guck mal die haben 268 kills gemacht wow ich bin so froh dass wenigstens jede meiner einheiten ein kill gemacht hat sonst hätte ich sie sofort natürlich der gehörten ratte opfern müssen dankeschön arzin für deinen resub im 23 ich grüße dich schönen guten abend ghost zombies auf jeden fall besser ich glaube sogar nicht nur ghost zombies ich glaube du kriegst zombies ganz ganz gut auch auf zwölf mit allen skills und spätestens mit ein paar level ups ich werde das ding hier niederreißen ein bisschen geld und bisschen nahrung wenn ich finde nach wie vor echt ein bisschen lächerlich dass man so wenig nahrung dafür bekommt aber ich kann den laden hier eh nicht halten und dann will ich lieber dass die ki das ding jetzt einfach nicht mehr hat und er dadurch ist ein level abgemacht wobei den laden könnte ich vielleicht sogar halten ja aber ich mache es trotzdem ist erstmal kaputt dann sind sie erstmal heraus okay er macht jetzt hier den marschieren und muss danach jetzt einfach sich zurückziehen als nächstes kommt der dachs bau dran und wir gehen in die nächste runde sicher sind die broken die sind untot mein 3 pack die von cost ich habe cost ja noch kein mal gespielt ne ich habe es bloß gehört von euch den habe ich noch nie gespielt also wirklich komplett noch nie ich glaube sogar nicht mal ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube ich kann mich nicht erinnern dass ich den schon mal als hauptfraktion gewählt hätte geht auch noch können ich möchte eine ratte die melone muss gerade in die sommer gucken was 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 fehlt denn noch wir haben noch einige charaktere des problemes ist wir können sie momentan noch nicht nutzen okay du gehst jetzt hier rein zum regenerieren das hier müssen wir uns irgendwann auch noch mal holen unser agent ist wieder da hier und hat sich ein level abverdient ich werde dafür jetzt gleich schon mal benutzen um sich mal ein bisschen umzuschauen nicht dass wir plötzlich eine böse überraschung erleben sowas zum beispiel das definiere ich definitiv als böse überraschung schmutzige kämpfer wenn die nämlich jetzt hier ankommen ist das nicht gut oh geil stoßzähne haben wir schon mal was hier es gaben korruption ich würde auch gerne mal die eine oder andere unterstadt einrichten können aber dafür bräuchte ich mehr geld und b den richtigen charakter dafür war auch techniker ja aber es scheitert schon am geld die überlegen ob ich jetzt hier rüber gehe um dir zu plündern weil die lassen mich ja momentan noch in ruhe denen gehört hier wagen gehe auf gar keinen fall den marsch modus gar keinen fall wenn eine ganz dumme idee also jetzt wissen wir immerhin dass die hier sind jetzt können wir versuchen diesen vertrag hier mal durchzuführen dann können wir den humble survival gleich wieder auf die arbeit schicken hallöchen hat der moto ach guck mal jetzt haben wir nämlich den negativen trade hier weg das geile ist nämlich du bekommst immer mehr plus als dass du minus bekommst es lohnt sich also eigentlich so gut wie immer dass sie zu machen das sieht schon mal gut aus also vielleicht sollten wir das ja einfach komplett plündern der wagen statt der der schugen garn um an kohle heranzukommen sagt mein kaputt kannst du mal günner reinschauen der die zombie apokalypse gemacht hat war sehr cool sollte ich mir vielleicht mal angucken problem ist bloß ich habe nicht die zeit das gesamte let's play anzuschauen aber du hast recht günner hat das gemacht also wer es noch nicht kennt vielleicht mal anschauen leute das war direkt am anfang von immortal empires ne also entsprechend wie lange ist das her halbes jahr so 10 prozent mehr geschwindigkeit für infanterie jetzt haben die dinger hier schon 70 sachen drauf jetzt dürfen sie auch tatsächlich außerhalb der ortschaft auf der landstraße fahren hier kriegt man ja gar nichts ich erweitere immer mein tiefen reich aber jetzt haben wir immerhin die tränenklinge hier tränenklingsturm bekommen das ist schon mal nett kann sich nicht bewegen riesiger stationärer wirkungsbereich stark gegen mehrere einheiten gut gegen panzer ja tränenklingsturm war das ding nicht so ein ähm und statt das kein leid er tölen ich hätte gerne irgendwas was mir hat echt kohle bringt hier ne borschungsrate einkommen durch niederreißung von siedlungen lokale charaktere verbraucht nahrung nahrung haben wir genug hier generiert einkommen sowas können wir gebrauchen äh und dann möchte ich dafür sorgen dass wir nicht entdeckt werden können ja das da so rein dann können wir noch nee das brauchen wir nicht das hier generiert noch nahrung das gleicht sich ein bisschen aus unterhalb minus drei prozent vor ort flammen war von nein das wollte ich nicht chance von fünf prozent runde der erweiterung des tiefen reichs ja das möchte ich auch noch haben okay also haben wir vielleicht die chance dass das jetzt hier von alleine so ein bisschen pingpong hin und weg mehr geschwindigkeit jetzt möchte ich die schattenläufer noch mal günstiger machen wen hast du von mir selbst ach die village people tatsächlich haben die ganz ganz viele parallel entwickelt diesen spruch ich habe damals auch mitbekommen dass er sich im englischen auch ganz schnell glaube ich rumgesprochen hat vielleicht ist ja sogar schon kanon gewesen der gag mit village dass man die quasi schon im tabletop village people genannt hat aber das ist ja auch so offensichtlich ist garantiert beabsichtigt jetzt muss ich mal gucken dass ich das mehr hole oder aber ganz im ernst wurde ich hole mir das hier dann doch wieder dann sehe ich nämlich weiter ja jetzt gehört mir den laden dann doch weil die kai wenn die kai fair wäre dürfte sie jetzt nicht wissen dass mir das hier gehört begründung ich habe es niedergerissen sie bekamen die meldung niedergerissen für sie ist das alles hier kaputt ne wer bei slanisch auf der party ist der ist auch bei der nächsten party dabei aber wahrscheinlich als hauptgang richtig halüchen holand sensei grüß dich grüß dich und grüß dich auch avenger äh ich danke dir mein lieber avenger wenn du über die rabattcodes und vor allem über die links gekauft hast denn wie gesagt über den kauf über den link unterstützt ihr mich die rabattcodes das ist für euch hey rat attitude grüß dich hier gibt es überhaupt gar keine menschen großen ratten rat attitude wo siehst du hier große ratten ich sehe hier nur bäume ich sehe hier katei ich sehe hier schöne steinformationen wunderschöne natur ich sag's dir ist eine reise wert gibt überhaupt gar keine probleme hier schon gar nicht irgendwie etwas was vielleicht mit ratten zu tun haben könnte das ist völlig abwegig ich weiß nicht wer immer behauptet dass es hier ratten gäbe das ist das hat schon verschwörungstheorie niveau genau da kannst du gewohnt weiter gehen alles gut mein lieber was haben wir denn da lecker wein die obstmühle komm ich mach hier mal die obstmühle rein auch ein skabel möchte sich gerne beschickern jetzt gehen wir mal hier im hinterhalt in diese stelle hier ich frage mich ob ich diese siedlung ob ich diese siedlung angreifen könnte und gewinnen nur mit skaven sklaven ich betrachte das als sportliche herausforderung hallo ich bin nice guy dankeschön für deinen prime sub willkommen so leute an der stelle kann ich auch gerade mal ankündigen wir haben diese woche einen etwas anderen stream plan morgen bin ich tatsächlich live mit ähm wie heißt nochmal kerbal space program 2 dem neuen early access spiel schauen wir das mal an am dienstag bin ich ausnahmsweise live da hab ich nochmal vor company of heroes zu spielen momentan geplant mit motality auch mal ein multiplayer zu spielen und dann ist erstmal pause bis freitag am freitag ist nämlich dann zusammen auch mit samstag jeweils einmal so ab 17.30 game of nations und ich spiele österreich hm meine neue seuche bricht da rein oh nein oh nein aber wo ist diese seuche ey als ob es riechen würde dass ich hier bin hm 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 wie weit kann der gehen ich weiß es nicht äh ich werde erstmal hier die Füße stillhalten ach er holt sich jetzt hier Wei Jin kann ich mit leben ich schaue mir das mal hier an Wei Jin wäre natürlich schon geil sowohl zum plätten als auch zum obern Skarven Wein schmeckt ich hab euch auch nicht gesagt dass wir ihn trinken außer dem hooligans graphs hier gibt es gar keine skarven wie kommst du doch auf dass es Skarven Wein gäbe das äh du verunglimpfst hier diesen guten kataiischen Wein Was hat er dir getan? Ach, in Stakistan ist die Seuche. Warte mal, jetzt muss ich noch mal dieses Red Nest. Haben wir Red Nest schon? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht benannt. Genau, Red Nest muss ich noch vergeben. Machen wir gleich. Bop, 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 bop. Ziemlich schick. Ja, äh, oh, oh. Das ist so schreck. Das ist... Bisschen, natürlich kommen die gleich mit zwei Armeen wieder da an. Oh, das kann nicht wahr sein. Ne, jetzt sind sie sogar in der Kombination. Ey, das ist jetzt sogar doppelt krass. Die kamen jetzt hier zwei drei Fraktionen unabhängig voneinander, ja. Wie unfair willst du sein, KI? Und sie so, ja. Red Nest. Okay, das Ding hier wurde schon gerade geplättet. Dann brauche ich hier auch gar nicht mehr weiter herumplätten wollen. Kann ich eigentlich unterirdisch einen ordentlichen Jump machen? Ich glaube, ich bleibe vorsichtshalber hier im Hinterhalt und gehe da hoch. Die kommen nämlich nicht ran. Nur im Marsch-Modus kommen sie hoch. Und das reicht natürlich nicht. Das übersteigt eindeutig ein klein wenig die Fähigkeiten meiner kleinen Freunde hier. Aber die gute Nachricht ist, er läuft hier rum. Wir ziehen uns mal dahin zurück. Na, wie gesagt, das hier lassen wir jetzt einfach mal sein. Kann ich diplomatisch noch was tun? Handeln mit ihm? Oh, das ist geil. Und mit dem Marionetten der Zwiedracht kann ich auch Handeln treiben. Okay, also, wir haben auf jeden Fall die Schulten GmbH und Coca-Cales hier gerade eben gegründet. Ein Joint Venture aus der Hölle. Hallöchen, äh, Origino, grüße auch an Lusindra. Die haben wohl eine starke Wirtschaft, muss wohl ein Weingeschäft sein. Ach, Klausik, der ist immer an. Der ist halt einfach immer an. Das ist überhaupt nichts Neues, der Troll-Den-Murb-Modus in diesen Spielen hier. Das ist, glaube ich, extra so ein Streamer-Modus, weißt du manchmal. als ob sie es riechen würden. Ach, guck mal, wer da hochgegangen ist. Wir haben einen Stryer-Vertrag erhalten. Wir würden halt sogar den Hinterhalt verlieren. Ja, nee, ist klar. Das Schlimme ist, ich glaube dem Spiel sogar weitgehend. Aber ich muss jetzt hier halt was tun. Das hat nicht zu glauben, wenn du selbst den Hinterhalt verlierst. Aber wenn wir es schaffen, von beiden Seiten jetzt Druck aufzubauen, dann müssten wir es eigentlich schaffen. hoff' ich. Bei CA heißt das Melonenjagd wahrscheinlich. Oh, ich hab sogar den Highground fürs Runterstürmen. Dann packen wir zwei von euch da hin. Hä? Hä? Okay, das ist einfach nur wack. So. Nummer zwei. Nummer drei. Euch stelle ich da hin und euch da oben. Nee, das... Oh Gott. Nee, ich stelle einfach alle da hin. Einfach, weil es nicht wirklich anders sinnvoll geht. Okay. 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 hier bleibt da stehen und schießt die bauern reiter hier fliehen schon das ist fantastisch Die Bauernreiter hier sammeln sich. Ich glaube, hier machen wirklich diese Clanratten von unten hier einen Unterschied. Die fliegen jetzt hier auch, das ist gut. Greift an und holt sie euch, die verdammte Bande. Jetzt haben wir schon 50-50. Jetzt fliegen hier mal die ersten von uns, aber wir haben es schon mal auf die Hälfte geschafft. Wenn man es auf die Hälfte schafft, normalerweise aus so einer Position, gewinnt man meistens. Nicht immer, aber meistens. Hi, Psy-Safio, grüß dich. Und natürlich könnt ihr das hier später auch, wenn ihr es nicht komplett sehen könnt, auf meinem Zweitkanal Mörb Uncut anschauen. Da werde ich jetzt nämlich wieder hochladen, Leute. Angriff. Oh, die haben tatsächlich die Ratten mit Speeren in die Flucht geschlagen. Ich muss so langsam aber sicher mal die Kommandantin jetzt hier im Nahkampf angreifen, ne? Komm schon, hol's dir. Und du kommst ja auch wieder mit runter. Boah, die rennen immer noch, die werden sich nicht mehr sammeln, so wie es aussieht. Mir gehen die Geschosse aus. Diese Skavensklaven haben... Oh, wir haben sie. Nicht genügend Steinchen gesammelt. Also, dann können wir die jetzt hier noch verfolgen. Dummerweise wird sie entkommen. Ist so mein Gefühl. Simon meint, unfassbar, dass ich das gewinne. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man die ganzen Sachen halt einfach weiß. Also, Höhenvorteil hatten wir zum Beispiel, ne? Bringt einen Riesenbonus. Dass man halt in den Nahkampf an der richtigen Stelle schießen muss. Dass man dann die Ratten an der richtigen Stelle reinbringen muss. Du musst halt einfach dafür sorgen, dass der Gegner nicht schießen kann. Seinerseits. Das haben wir die meiste Zeit geschafft. Das sind einfach so diese Kleinigkeiten. Also, es war gar nicht so unmöglich, wie man gesehen hat. Aber ich spreche vielleicht auch einfach aus einer Elfenbeinturm-Situation heraus. Nur weil es mir leicht vorkommt, heißt es nicht, dass es leicht ist. Das weiß ich selbst. So. Ah, genau. Die Armee war marschiert. Ja, dann brauche ich ja gar nicht mehr weitermachen. Dankeschön, Zauberer, dass du mich darauf hinweist. Daran habe ich wiederum jetzt mal gerade eben nicht gedacht. Boah, die sind schon echt krass gegen uns. Da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Stark mein Mörb und Günner gehen in die Schlacht, wo dran steht mannhafte Niederlage und rulen das einfach. Ja, wobei mannhafte Niederlage ja noch geht. Mannhafte Niederlage heißt, du hast wirklich viel Schaden gemacht. Das heißt also, die KI geht dann in diesem Moment, also das Triple V, das vollvertrauenswürdige Vorhersagesystem. Die Autoberechnung geht davon aus, dass du schon eine Armee hast, die dem Gegner schon echt wehtun kann. Aber halt aus Sicht der KI halt nicht gewinnt. Und dann kommt halt der menschliche Faktor dazu, der das dann halt noch drehen kann. Bei einer knappen Niederlage ist es auch noch möglich, manchmal zu gewinnen. Manchmal. Bei einer entscheidenden Niederlage habe ich das selten erlebt, dass man das als Spieler noch drehen kann. Selten. Währenddessen ich aber auch schon mal manchmal erlebt habe, dass man Pyros Siege verliert. Alles schon gesehen. Uralte Listen, mehr Volkschancen für Hinterhalte, fände ich schon gut. Oder ich mache jetzt mal einen besseren Kämpfer. Ne, warte mal, ich mache erst mal mehr Hinterhaltschancen. Wir brauchen ganz dringend mehr Hinterhaltschancen. Beziehungsweise, wir ziehen uns jetzt hier erstmal in die Siedlung Rednest zurück. Dax. Ne, warte mal, ich habe Dax Bach geschrieben. Das soll doch Dax Bau heißen. Also heute bin ich wirklich neben mir, was das Schreiben angeht. Oh, das war doch Dax Bau. Ne, war doch Dax Bach. Okay, Entschuldigung, dann mache ich wieder Dax Bach. Seht ihr, dann war ich jetzt in dem Fall neben mir. Also Dax Bach bekommt jetzt hier eine Verteidigungsanlage. Und er hier. Der ist wieder da, cool. Der ist wieder hier. Ich freue mir. Das gefällt mir jetzt hier nicht so sehr, dass die jetzt hier rumlaufen. Natürlich ist es ein Fehlschlag. Warum sollte es auch kein Fehlschlag sein? Ähm, wir marschieren jetzt hier rein. Wir müssen gucken, dass die jetzt hier unsere Mingel Fu nicht bekommen. Ich fürchte aber, sie werden es kriegen. Diplomatische Beziehung mit den Skaven. Zu Beginn der Runde haben die Kommandanten-Loyalitäts-Bonus. Das ist totaler Quatsch, weil bei uns können die gar keine Loyalitäts-Mali bekommen. Clanstein des Clan Eschen. Für wie lange? Okay. Es geht 13 Turns lang. Das hier können wir später machen. Nee, also diese Runde machen wir das noch nicht. Aber nächste Runde wäre vielleicht ein Zeitpunkt, um das hier mal zu aktivieren. Den Clan-Stamm von Clan Eschen zu aktivieren. Nee, das hier machen wir nicht. Kann ich diese Armee nochmal ein bisschen geiler machen? Nee, gerade eben nicht. Nicht gut. Dann nächste Runde. Genau, Pyrrhus war ein General, der eine Schlacht gewonnen hat. Aber so viele Verluste, dass ihm der Sieg nichts brachte. Genau. Und zwar im Südwesten von Griechenland. Bei Epirus. Hat der eine Schlacht so gewonnen, dass er danach den Krieg verloren hat im Grunde. hat er einfach zu viele Verluste erlitten. Wusste ich aber auch schon mal genauer. Jetzt ist der Halt hier schon dran. Warte mal, wenn ich jetzt da hingehe. Nee, wisst ihr was? Wir machen das anders. Äh, was mache ich denn da? Hallo? W.A.S.D. Wo bist du? Hier bist du. W.A.S.D. Wir gehen schon mal dahin. Und wenn ich jetzt hier holen wollen würde, dann empfiehlt mir das Spiel wahrscheinlich da runter zu gehen. Genau. Jetzt komm schon. Er schafft es halt wieder nicht. Dinge, die mich sehr stören. Das hier zu verlieren wäre echt ätzend. Aber du kommst gerade eben diese Runde eh noch nicht ran. Das sehe ich jetzt mal von der positiven Seite. Das haben wir auf der Haben-Seite, dass sie das nicht erreichen können. Äh, dann wollen wir noch Rednest ausbauen. Nee, ich will sparen. Oder? Nee. Ich gehe auf Rednest. Zum Glück ist er jetzt hier unterwegs und unterstützt mich. Ich bin gar nicht böse, dass er durch meine Ländereien geht. Noch mehr uralte List. Du gehst noch hier hin. Das ist richtig, Psystarview. Mit dem Alter gehen viele Details vom uralten Wissen verloren. Wenn man sich damit nicht mehr dauerhaft beschäftigt. Leider, leider wahr. Leider, leider wahr. Ich ärgere mich auch immer wieder darüber, dass mir einfach gewisse Informationen dann nicht mehr einfallen, sondern nach dem Motto, das wusstest du doch mal. Ja, 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 mal. Konstrukteur für Scoop. Schwert ist Cain, wer entspricht. Was interessiert mich das? Äh, ist schon wieder nicht, ne? Ich muss jetzt... Nee, warte mal. Kann ich eventuell? Ach komm, warum hat er sich bewegt? Ich wollte ja nicht gucken, ob ich mich da reinjumpen kann, aber das konnte ich nicht. Die KI wird jetzt wieder nach dem Motto agieren. Ähm, mir doch egal, dass ich diese Männer hier verliere. Ich werde das hier plündern, um den Spieler geärgert zu haben. Ne? So kenne ich meine KI, Freunde. So kenne ich meine KI. Hm. Oh, guck mal. Ein Problem gelöst. Das finde ich gut. Immerhin mal was Positives. So, wir holen uns aber auf jeden Fall jetzt hier mal diesen, äh, Ritus hier an der Stelle, weil wir werden in der nächsten Runde auf jeden Fall einen Kampf haben, so oder so. Hallo hier an den Käpt'n Lucy, vielen lieben Dank an dich für den Resub im 13. Schön, dass du da bist. Um Skunk geht's auch noch gut. Ja, alles gut. Hallo hier noch an Lott Spatz. Grüß dich. Ah, nee, guck mal. Sie haben mich überrascht. Die haben mich überrascht. Die haben gar nicht angegriffen. Hat die mal die KI umprogrammiert? Sie agiert unvorhersehbar. Montere, man meint, die KI macht das nicht, um mich zu ärgern, sondern sie will, dass die Zuschauer sich freuen. Stimmt. Das war der Wein. Ah, ja, den haben wir natürlich auch extra mit Blei versetzt. Und Quecksilber. So, dass, äh, sie solche verwirrenden Aktionen durchführen. Das ist der gute Skarvenwein. Mit allerhand interessanten Ingredienzien. Knapper Sieg. Ohne Verlust an der Einheit. Ja, können wir einfach mal berechnen. Alle niedergemacht. Ich nehme die extra Kohle. 17 Nahrung waren das. Das ist schon sehr, sehr lecker. Ähm. Tja, da oben fliegt hier quasi das Zettelding rum. Jetzt muss ich halt wieder zurück, ne? Also. Sabotage und Unruhen. Wobei, das brauche ich noch gar nicht unbedingt. Ich mache jetzt ihn erstmal zu einem besseren Kämpfer vielleicht. Oder Ratfu. Beim Verteidiger litten noch Verschleiß. Bei Belagerung. Kontrolle minus 8. Bei feindlichen Provinzen. Das brauche ich eigentlich noch gar nicht so dringend. Ganz im Ernst. Gib ihm eine Schweifwaffe. Bessere Kämpfer. So, dann hier noch den Schwefelsprung auf die höchste Stufe. Bei ihm hier. Ich weiß nicht, ob ich die Verschuldungsbomben ihm jetzt schon geben will. Nee, er macht es schwer zu fassen. Schwer zu fassen er ist. Was hat er gesagt? Ich habe ihn nicht so richtig verstanden. Er hat einen ganz fürchterlichen Akzent. Hallöchen Clan Gannon. Schönen guten Abend. Willkommen. Oh, Daxbach. Die Mingling Fu haben alle schon ganz gut Verteidigung. Die Frage ist bloß, ob ich das so machen möchte. Nee, ich spare jetzt ganz im Ernst. Ich möchte, dass sie auf Stufe 4 bringen können. Dafür muss ich sparen. Und wer hat den Wein gekeltert? Skrotz? Nee, musste gar nicht. Also mit Giften kennen wir uns ja aus. Geschätzter Klausek. Damit kennen wir uns ja aus. Das hat überhaupt nichts Mutierendes. Sondern einfach nur giftig. Schönen guten Abend, Daxdotti. Grüß dich. Ja, jetzt rücken sie hier auf uns zu. Ach, diese Plündereien, ey. Wisst ihr, was ich halt super gemein finde? Ich will, dass sie uns plündern können. Wir können Skarven nicht plündern. Als menschliche Spieler. Möchte ich einfach mal nur ganz, ganz kurz mal erwähnt haben. Dass wir das nicht können. Erfolgschloss für Hinterhalt von 5% global finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt sind wir hier drin. Boah, was ist das für eine Billow-Armee? Das hier eine Armee zu nennen, ist eine Beleidigung für andere Armeen. Sonst kann er ja eigentlich schon wieder da runter. Oder ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Als Bait. Lass ihn jetzt hier absichtlich offen laufen. Er ist ein Bait. Vielleicht kann er die feindliche Armee dadurch anlocken. So, den Agenterich möchte ich jetzt hier wieder auf Mission schicken. Denn wir haben hier wieder eine Aufgabe. Bekommen wir nochmal ein bisschen Geld und ein bisschen Nahrung. Jep. Jep, 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 jep. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und das hier überspringen wir nach wie vor. Was ist ein Bait sein? Ein Bait ist quasi ein Lockvogel. Man baitet sozusagen. Also man setzt einen Lockvogel so nach dem Motto, da, da, überall Leuchtteklame. Das ist das Ziel. Währenddessen du dann natürlich entsprechende Vorbereitungen machst. Wie zum Beispiel einen Hinterhalt legen. Lockvogel kennst du. Ja, Bait ist einfach das englische Wort dafür, dass in der Gamersprache halt einfach allgegenwärtig ist. Kenn ich schon tatsächlich auch seit, seit World of Warcraft damals, 2007. Da war ich häufiger ein Bait. So, das ist jetzt eine klassische Bait-Taktik. Man stellt jetzt hier diese Billow-Armee hin, wo die KI gleich sagt, boah, die kann ja gar nichts. Und dann gehst du her und stellst hier entweder davor oder daneben einfach in den Radius jetzt hier den eigentlichen Gegner. Die KI wird, wenn ich Glück habe, sich denken, das ist ein billiger Kill. Und dann wird sie in den hier reinrennen. Und selbst wenn der Hinterhalt schief geht, kämpfen beide. Rednest bekommt eine Verteidigung. Ja, komm, das können wir auch noch verbessern hier ein bisschen. Jetzt verbessern wir auch dich. Und wie gesagt, hier machen wir nichts. Was hat die Diplo? Ah, ihr müsst vorsichtig sein mit den Ausdrücken, die ihr benutzt, Leute. Äh, ne, 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 ne. Es ist einfach nur Rattig, Belrea. Rattig, was wir hier machen. Oh, das ist in der Rattensprache natürlich absolut positiv besetzt. Ich hab, ne, ich hab nicht getankt. Ich war ein Druide. Druide von, also aus Überzeugungskraft. Ich hab eigentlich alles gemacht. Ich hab getankt, ich hab geheilt. Ich, äh, nur den Damage-Part hab ich nicht so richtig, äh, machen dürfen damals. Und der Skavik. Da ist doch die Frage, ist das Spiel Einsteiger, Freund? Ich muss zugeben, das Warhammer-Fanboy, das noch nie gespielt zu haben. Äh, es ist, ah, guck mal, es hat geklappt. Es hat wunderbar geklappt. Sie sind voll drauf reingefallen. Wie ihr seht, das ist jetzt wie aus dem Lehrbuch. Äh, das Spiel hat, ist aus meiner Sicht wahrscheinlich das unter den Total Wars und Total War Warhammers. Ähm, das ist wahrscheinlich am meisten einsteigerfreundliche, weil es eine richtige Einsteiger-Tutorial-Kampagne hat. Es ist eine eigene Kampagne, in der dir alles Stück für Stück erklärt wird, selbst wenn du noch nie zuvor Total War gespielt hast. Deswegen ist Total War Warhammer 3, aus meiner Sicht, das wahrscheinlich einsteigerfreundlichste Total War und Total War Warhammer-Spiel derzeit. So, ähm, das könnten wir jetzt einfach berechnen. Das war leicht. Nahrung brauchen wir gerade eben nicht. Dann nehmen wir die Kohle. Kartai wird jetzt gemörbt, genau. Gemörbt. Ah, genau, die Stadt der Shugungan haben wir jetzt hier ja schon. Unsere, äh, unterirdischen Katakomben. Und in Mingzhu hat sich's weiter ausgebreitet. Nach Mingzhu, wo... Ne, ja, mein Mingzhu ist doch unser. Ne, doch, nach Mingzhu hat sich's ausgebreitet. Cool. Ja, das gefällt mir. Ähm, zu entdecken... Ich muss halt gucken, ne, dass hier das zu entdecken nicht so hoch geht. Momentan haben wir hier eine Gefahr, entdeckt zu werden, die schon relativ groß ist. Ich glaube, ich reiße das hier wieder ab, um die Gefahr wieder zu senken. Hm, ansonsten lassen wir das gerade eben mal. Also in Mingzhu? Puh, das ist jetzt verdammt schwierig. Ob ich Mingzhu akzeptieren will, oder ob ich das lieber einfach erobere. Trinpack meinte, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Genau, ich auch. Und der hat super funktioniert. Ruin und Verfall. Bonus im Kampf gegen Echsen und Zwerge. Jetzt frage ich mich halt, ob Menschen da auch Kataya dazugehören. Klingenmeister. Auf jeden Fall. Dann hier ausweichen, das bringt nochmal ein bisschen mehr Nahrkampfabwehr. Das ist aber nicht dauerhaft drin. Aber erst wenn die Schlacht läuft, hat er das. Der bekommt noch mehr Truppen auffüllen. Und wir... ...sneaken uns jetzt hier mal... ...in diese Richtung. Ach Gott, da ist ja einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist ja mal bescheuert. Okay. Wie geht es hier mal hin? Die habe ich nicht gesehen. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Egal. Mal gucken, was er tut. Das ist noch nicht schlimm, dass ich das... ...dass der jetzt da rumsteht. Ich hätte bloß gerade eben nochmal ein paar Kills mehr machen können, wenn ich das zu vorgesehen hätte. Ich würde gerne mit denen handeln. Ich mache halt so viel Kohle mit denen, dass es in zwei Runden amortisiert ist. Weil ich so viele Handelswaren habe. Und sie gar nichts. Guten Abend, Arthas. Grüß dich. Eine grüne Flagge kann man vor lauter Grünsicht auch übersehen. Ja, das auch. Und wie gesagt, es ist auch teilweise hinter diesen komischen Sachen da. Und ich bin generell nicht gut, sowas zu sehen. Ist einfach eine persönliche Schwäche. Rattlingkanonen sind aber sau teuer für uns. Deswegen können wir sie uns momentan nicht wirklich leisten. Wir müssen sie uns erst verdienen. Durch die ganzen Verträge. Ach, guck mal. Da kommt er wieder an. Also ich möchte mir eigentlich da oben diese Stadt holen. Ich schleiche mich nur nach Weijin. Ich möchte das Ding noch tiefer eingraben. Es ist mir das wert. Ne, ich möchte hier eine Chance haben von plus 10%. Dass das Ding hier sich noch weiter ausbreitet. Und hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also in RVV will ich den hier am liebsten eigentlich erobern. Deswegen gehst du jetzt da hin. Und hier? Nächste Runde sind sie da fertig. Nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde. Seine Technokratie. Es ist. Okay, nächste Runde. Nächste Runde, nächste Runde. Solche Mönche hatten Flegel, ja. Oder das andere. Die einhändige Variante waren. Ich glaube Morgensterne. Im Tabletop. Mit plus 1 Stärke. In der ersten Runde des Nahkampfs. Egal ob Angreifer oder Angegriffen. Und Flegel hatten plus 2. Hallöchen Mike, bravo. Grüß dich. Und Hallöchen auch an DC. Guten Abend. Dankeschön DC. Obwohl ich Kopfschmerzen habe. Ich habe Kopfschmerzen. Und ich war wie gesagt beim Friseur. Und inzwischen sehe ich auch selber, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Also auch im Gesicht. Danke dir, mein Lieber. So. Oh. Also komm. Wei Jin muss unser werden. Wei Jin muss über die Existenz von Ratten erfahren. Das berechne ich jetzt einfach. Weil ich habe jetzt nur eine Einheit des Skavensklaven verloren. Und das ist mir dann eigentlich ziemlich Wumpe. Jetzt ist es auf einmal sehr, sehr rattig hier geworden. Oh yeah. Oh yeah. Das hier kommt weg. Den hier könnten wir uns halt echt holen. Ne, warte mal. Ich hole mir die hier. Ey, die sind viel besser. Habe ich zwei von denen. Klingenmeister. Als ob die Rüstung jetzt hier den Unterschied macht. Ne, dann nehme ich lieber Ruin und Verfall bei ihm. Den schwarzen Wirbelwind. Jetzt haben wir nämlich endlich mal ein paar gescheite Zauber. Er wird noch schlüpfrig. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir mit denen hier vorgehen. In meinen Augen muss eigentlich diese Armee zuerst weg. Und das sind dieses Mal jetzt nicht so starke Einheiten. Oh nein. Was ist passiert? Ja, weil hier das hier im Wege war. Ja gut. Das habe ich nicht gesehen. Mein Fehler. Ups. Okay, wir verbessern dich jetzt hier noch. Und mehr Kohle haben wir nicht. Das hier verbessern wir auch noch. Und sorgen für ein bisschen mehr Wachstum. Hey Raffi, das freut mich. Vor allem, weil ich, äh, die, äh, aus meiner Sicht ist es wieder so ein Review-Bombing, was da stattfindet. Und, also es ist, die Leute schreiben ja, es wäre kein Review-Bombing. Aber man merkt einfach, dass, äh, Company of Heroes leider auch einige Leute enttäuscht hat. Äh, auch Ranger scheint nicht ganz davon zu überzeugt sein, weil er ist ja auch so ein alter Company of Heroes Veteran. Also anscheinend für die alten Hasen hat Company of Heroes nicht so viel gebracht. Und vor allem für die Multiplayer-Community. Zu der zähle ich nicht. Ich persönlich habe mit Company of Heroes bis jetzt sehr viel Spaß gehabt. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es für Leute, die schon lange, lange dabei sind. Und vor allem sehr, sehr viel, äh, Multiplayer gespielt haben. Halt vielleicht dann doch irgendwo mehr zu erwarten gewesen ist. Ähm, für mich halt nicht nachvollziehbar, weil ich nicht zu dieser Gruppe gehöre. Aber ich freue mich natürlich, wenn du damit mega Spaß hast. Genauso wie ich. Du meinst, äh, du hast die alten nicht gespielt? Du magst es total? Ja, wie gesagt, ich habe die alten halt gespielt, aber halt nie im Multiplayer. Ich habe immer nur Kampagnen gegen KI gemacht. Und es ist auch x Jahre her, dass ich wirklich Company of Heroes 2 das letzte Mal angeschmissen habe. Also deswegen, wie gesagt, also ich bin da halt, für mich ist es mal wieder was Altes, was Neues. So. Hat für mich eher so ein bisschen Nostalgie. Sage ich jetzt mal. Und dafür hat es einfach super funktioniert für mich. Aber ich verstehe natürlich, dass da unterschiedliche Bedürfnisse unter Umständen manchmal da sind. Die halt nicht immer erfüllt werden können. Guten Abend an, äh, Ginny, was, Ginnyfix? Habe ich das richtig gelesen? Ginnyfix, grüß dich! Unsere Löcher noch an Angry Antrax. Willkommen, willkommen. Ach, Gottchen, jetzt kommen die hier an, ey. Wollen wir auf den Zeigel gehen. Sie wollen mich nerven. Nerven, das finde ich nicht gut. Ähm, hm, 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 hm. Schwer zu fassen. Ist auch die Situation. Boah, wir haben aber in Weijin schon hier ne volle Truppe. Ganz im Ernst, wenn ich mich jetzt hier draußen hinstelle und den Feind erwarte. Im Hinterhalt rechne ich mir verdammt gute Karten gegen den hier aus. Würde ich momentan mal davon ausgehen. Bin sogar so keck und glaube wirklich, dass ich das Ding halten kann. Auch wenn diese Armee nur noch so eine Half-Stack ist. Aber, ne, was dahinter steht, das dürfte reichen. Vor allem, wenn wir im Hinterhalt stehen. Glaube ich. Glauben heißt nicht wissen. Aber ich bin trotzdem konfident. 92 Nahkampfangriff. Bei was, Holand Sensei? Der da? Naja. Oh, der hat noch nicht mal eine Waffe. Der hat dich noch nicht mal was genommen. Oh. Das Ding hab ich ja auch noch nicht mal genommen. Führerschaft, Gossenläufer, Schattenläufer, Dorotusläufer und Ashen plus 10. Tränenklingel. Jetzt bin ich gespannt. Oh, er steht vor uns. Das gehört wieder zu diesem kuriosen Ding. Ihr seht, er hat nicht vorgehabt anzugreifen. Warum er nicht vorgehabt hat anzugreifen, verstehe ich nicht. Er ist aber bis an den Punkt rangelaufen, wo er rangehen konnte. Das ist spannend. Es freut mich, Mr. Gemini, dass es euch gefällt. Ich spiele halt so, wie ich spiele, ne? Also, ihr kennt mich. Also, so würde ich auch spielen, wenn ich nicht vor der Kamera sitzen würde. Okay, also, wir sind hier jetzt top, ne? Also, jetzt, jetzt, jetzt. Ich sag's mal so. Es gibt, es ist wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Um halt den Herr der Ringe Spruch von den Ochsen zu bringen. Und erst recht mit einem initiierten Hinterhalt in der Offensive, bei der wir sogar noch die Stadt als Unterstützung bekommen. Da muss ich auch nicht mal unbedingt selber spielen. Aber, wir machen das. Weil ich möchte diese Tränenklinge ausprobieren. Ich möchte gucken, was die kann. Oder diesen Tränenklingsturm, ne? Bist du schon. Hey, Agentaren, grüß dich. Schönen guten Abend, willkommen. Ich weiß nicht, ob er eine Herausforderung ist, Snick. Das, ich, kommt drauf an, wie man ihn wahrscheinlich angeht. Slanisch stimme ich dir zu. Slanisch, insbesondere in Kari. In Kari ist eine Herausforderung. Da muss man sehr konzentriert spielen. Also, finde ich. Oh, ich habe eine geile Idee. Also, ihr stellt euch hier so auf. Äh. Moment, ich, 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 ich muss das anders machen. Ihr müsst da irgendwie weiter nach vorne. Eins, zwei. Äh. Bitte geht dahin. Bitte geht. Dahin. Das Schloss rein. Wobei, ne, ist es eigentlich viel schlauer, wenn ich das so mache. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ihr schleunert von da. Ihr geht von da ran. Und euch kann ich tatsächlich da oben hinstellen, weil ihr habt die Reichweite dafür. Tränenklinge. Und so beginnt es also. Da macht es auch nicht, Badabumm. Äh, äh, lol. Die sind schon am Davonlaufen. Na, ihr seht, was das große Problem mit diesem, mit dieser unterirdischen Erschütterung ist. Ich bekomme hier gerade eben so Fett Schaden, dass es nur so knallt. Also ich beschädige meine eigenen Einheiten, ganz krass. Aber die feindliche Armee ist auch schon so gut wie erledigt. Also diese, ähm, Warp-Bohrer haben halt auch ganz krasse Nachteile. Äh, ich habe noch nicht die Radius-Mod getestet für Warmer 3. Ich habe einmal vor Ewigkeiten Warmer 2 hatte ich sie mal gemacht im Stream. Aber seither nicht mehr. Oh, das war es schon. Ja, wir können sie verfolgen. Denn sie waren nicht im Marsch-Modus. Aber auf der anderen Seite ist es egal. Es ist völlig egal, weil, äh, sie werden gleich wegrennen und dann würde ich einfach nachsetzen und, äh, da die Reste auslöschen. Ihr seht, na, da ist noch so viel übrig. Die sind einfach nur davon gerannt und hatten keine Chance. Und der General ist tot. Das heißt, wenn ich sie jetzt nochmal angreife, falls jetzt noch was übrig geblieben sein sollte, dann starten die schon mit fetten Mali. Ohne General. Ohne General. Diese Ashen-Triaden. Ich nehme die 23% Verlustversteuerung. Schaut euch das mal an. Gefangene auffressen. Also uns geht's gut. Dann leveln wir ihn hier noch. Machen wir den wirbelnden Schatten nochmal rein. Und wieder ein Hinterhalt. Ja, tschüss. Die armen Teufel, ey. Nimm die extra Nahrung. Jawohl, das Todeskommando ist nun da. Okay, wir werden jetzt hier diese Jungs hier rausschmeißen und das Todeskommando hier reinnehmen. Und wir werden diese hier rausschmeißen und diese hier reinnehmen. Jetzt ist an dieser Armee nichts mehr Crap. Okay. Aus dem Schatten. Fähigkeit aus dem Schatten. Er ist jetzt ein scharfäugiger Schleicher. Das heißt also, er geht nicht mehr so ohne weiteres auf. So, ich mache ihn noch mehr, das ist schwer zu fassen. Der Gag ist, der kann übrigens nochmal, weil Holland Sensei vorhin so gestaunt hat, nochmal 12 Punkte mehr Nahkampfangriff kriegen. Der Assassine, der normale Helden-Assassine. Der hat dann 104, ohne dass er eine Nahkampfwaffe hätte, die er ihm einen Bonus brächte. Das kann man natürlich noch weiter pimpen. Und wie ihr sehen könnt, gibt es da nochmal ein paar weitere Möglichkeiten. Und wir haben auch noch ein paar Skills nicht. Entschuldigung, ein paar Technologien nicht, die ihn auch noch stärken würden. Das ist ein wirklich hartes Vieh, ich sage es euch. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich das Schildkröten-Tor mir holen soll. Oder ob ich direkt nach Pomei gehe. Ich glaube, ich gehe nach Pomei. Skitter, scramble. Shadows hide. Gerns. Ja, Pomei soll das Ziel sein. Wie viel Verteidigung habt ihr hier? Ich denke, ich kann mir das Belagern hier erlauben. Wir umkreisen einfach. Mal gucken, ob sie einen Ausfall machen. Mal gucken. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt läuft Snick hier sehr, sehr sauber. Ich kann mich nicht beklagen. Dachsbach bekommt die Mauer. Also, Mauer bekommen sie ja nicht wirklich. Ihr wisst, was ich sagen will. Ah, und er ist auch wieder da. Der Hummelsurvivor. Hummelsurvivor, du hast wieder einen Aufgetrag. Dieses Mal hier für Clan Mors spionieren. Generell ist es überbewertet. Genau. Kann ich inzwischen eigentlich nochmal weitere Helden machen? Ich glaube nicht. Kann ich nicht. Ich brauche mehr Kapazität. Hierfür brauche ich dieses Gebäude. Das habe ich noch nicht in Planung. Hm, noch mehr Wachstum für dich. Außer noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen pro Runde. Dann schauen wir in die Diplomatie. In der Diplomatie können wir überraschend wenig tun. Eventuell mit Kazak. Nee, 1800 gebe ich dafür nicht aus. Boah, also manchmal frage ich mich, was die KI denkt, was das eigentlich kostet. Was das kostet? Wie sag's eigentlich? Den sicher Bucher. So, Gemini meint, Slanisch macht aber so viel Spaß, wenn man ihn beherrscht. Macht mir in dem Game mehr Fun als mit Cinch, obwohl ich die als Tabletop habe. Das ist richtig, Mr. Gemini, weil du kannst nämlich mit den Slanisch-Einheiten, wenn die richtig miteinander kombiniert sind, einfach unglaubliche Dinge tun. Flankieren, den Gegner so schnell überrennen, wie mit keiner anderen Fraktion. Diese Verdopplung durch die Flankenboni, das ist halt einfach kein Witz. Das ist richtig, richtig heftig. Und die Einheiten sind halt einfach super schnell. Aber man muss halt auch diese sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, die diese Einheiten mit sich bringen, halt auch beherrschen. Das kann halt auch für den Spieler selber ganz klar einen Stress ausarten. Aber wenn man es beherrscht, dann ist es geil. Da stimme ich dir voll zu. So, Pomei ist unser nächstes Ziel. Gucken wir mal. Liegt da noch was? Oder hier? Ne, wir machen hier noch was. Noch mehr Gewürze. Noch mehr Wachstum. Ming-Ju. Äh, sie fallen übrigens nicht aus. Sie würden es nicht schaffen, wenn sie selber angreifen würden. Hehe. Ja, genau. Wenn ich angreifte, hätte ich alles verloren. Ne, ne, dann akzeptieren wir das einfach, so wie es ist. Gucken wir mal auf die Diplo. Slanish hat eine gute Inf. Also auf jeden Fall, jetzt wo die Chaoskrieger da sind, sind sie einfach mega geil. Weil, ähm, du kannst jetzt halt auch mit den Chaoskriegern einfach, also sobald du halt die Chaoskrieger halt rekrutieren kannst bei Slanish, auch so ein Amboss stellen, ne. Das hat ihnen gefehlt, als es nur Dämonen waren. Als man nur mit Dämonen gespielt hat, ging das auch. Aber es war nicht ideal. Äh, oh, sie hat konföderiert. Das war gerade mein Schrei, mein innerlicher. Da steht sie, die Drachentante. Planänderung. Oh Gott. Oh, meine Armes gaben. Also, du konntest sie noch nicht angreifen. Also gut, wir müssen die Drachentante jetzt hier erledigen. Hey, guck mal. Nochmal 5% mehr Erfolgschance für den Hinterhalt und 10% Abwehr. Ja, da ist die Konföderation passiert. Oh, wir haben nochmal 5% mehr Chance auf den Hinterhalt. Äh, sie würde jetzt hier mitkämpfen. Und wir, sind zu weit weg. Plan wird ausgeführt mit Pomey. Dann haben sie die Siedlung nicht mehr. Punkt. Ich gehe auf Stufe 2 an. Ne, ich bleibe auf Stufe 1. Dann ist Pomey halt ordentlich geschleift. Das hier kommt raus. Wir regen hier und jetzt hat sie das Problem, dass sie Pomey verloren hat. Wir werden hier uns zurückziehen. Tschüss. Davonlaufen, davonlaufen, davonlaufen. und jetzt hat sie halt nochmal eine große Stadt verloren. Hmm. Uralte List, komm, ich hole mir auch noch hier diesen Bonus. Maximale Hinterhaltschance. Verhüllungsbomben interessieren mich hier immer noch nicht. Ich gebe ihm jetzt hier morsche Knochen noch mit. Klingt komisch, ist aber so. Ne, das lassen wir alles so wie es ist. Dann muss ich auch noch irgendetwas tun. Um die zu verbessern. Oh, mehr Nahrung generieren? Ja, plus 1 Nahrung pro Runde. Das kostet nämlich nur einen Turn. Dann lohnt es sich auf jeden Fall auch, das zu machen. Entschuldigung, zwei Turns. Es sind zwei Turns. Kasach-Klanz-Gryer. Oh, Kasach. Jetzt kann ich mit Kasach handeln. Ja, der Handel. Der ist mir wichtig. Der gegenseitige militärische Zugang ist nicht ganz so bedeutend. Levkon schleift die großen Küchenmesser und freut sich auf Drachenschnitzel. Das Gute an der Sache ist, Drachenschnitzel schneidet man schon direkt gebraten runter. Das ist schon well done. Aufgrund der Eignitze. Wobei außen ist es wahrscheinlich eher noch so medium. Aber innen drin ist es sicherlich well done. Wo wir gerade eben von not so well done sprechen. Rückzug. Sie macht jetzt Ärger. Ah, so gut. Devkon ist roger geworden. Zauberer. War er es nicht schon immer? Wissen wir das so genau? Keiner von uns hat Devkon je gesehen. Wer weiß. Vielleicht ist er in Wahrheit, äh, Skrack oder Speckus. Und nennt sich hier nur Devkon. Das ist weder beweisbar noch entkräftbar. Gut, das ist äußerst unwahrscheinlich. Aber weder das eine noch das andere. Der hat von meinem Hallo Grom, mein Name. Auch eine Möglichkeit, du hast recht. Boah, das ist ja eigentlich auch mal so ein geiles Together, ne? So Grom und Speckus oder so. Einfach quasi die große, das große Fressen. So, Moment. Ich möchte, dass du dir diesen Hinterhalt eingehst. Und dann gehen wir jetzt in diese Richtung. Ach Gott, der hat sich jetzt das hier geholt. Ja, damit kann ich leben. Und sie steht jetzt hier ein bisschen blöd da. Damit kann ich auch leben, dass sie blöd da steht. Sturmrate, Sturmrate, Gossenläufer, Seuchenkatapult. Ich nehme mal einen zweiten Gossenläufer. Das finde ich gut. Und dann holen wir uns noch das da. Und hier... Einkommen aus den Gebäuden erhöhen. Und die Glocke möchte ich hier haben. Jetzt bin ich halt gespannt, was sie tut. Na, sie könnte jetzt das hier angreifen. Ich weiß aber nicht, ob sie es schaffen würde, wenn ein General... Auch wenn er nur Skavensklaven hat. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen würde. Oder ob sie jetzt hier angreift. Aber auch da sehe ich für sie schwarz gegen diese Armee. Pro May machen wir jetzt erstmal nochmal Wachstum rein. Was haben die hier noch Schönes? Ah. Marmor. Dann möchte ich jetzt hier gerne, dass die Schattenläufer und Gossenläufer einen höheren Rang haben. Dann haben wir das meiste jetzt hier abgeschlossen. Todesläufer können wir hier später noch verbessern. Das wäre geil. Sturmratten interessiert mich nicht so sehr, aber die Todesläufer interessieren mich. Und hier können wir auf Stufe 3 hochgehen. Ich mache es übrigens schon 4.000 plus. Wir werden es gleich einen neuen Kommandanten ausheben. Hallo hier Pirate Flausch. Grüß dich. Die Küchenprofis mit Chrom und Speckus kochen, bis der Schlund platzt. Ja, der Defcon. Ja, ja, ja. Genau so. In der Art. Ich hoffe, dass Günter den Max mal wieder Zeit für sowas hat. Das wäre lustig. Mr. Gemini meint, lol, wie ich gerade eben festgestellt habe, dass auf meinem Gaming-Laptop nach Tagen noch Hogwarts im Standby läuft, ohne die runtergefahren zu haben. Boah, ey, ohne Witz. Ich hatte das auch schon bei manchen Spielen, dass ich einfach vergessen hatte, das Spiel auszumachen und am nächsten Morgen hier wieder in den PC gekommen bin. Ach so, das Spiel lief noch. Dann habe ich jetzt halt acht Spielstücken in diesem Spiel mehr. Hatte ich auch schon mal. Solange es hier nicht so geht wie mir neulich, wo ich versehentlich live gegangen bin, weil mir mein Hut, als ich ihn abgelegt habe, auf meinen Button gefallen ist. Das war vor ungefähr drei Wochen oder so. Da bin ich einfach live gegangen und war einfach nicht am PC. Und Hans hat dann einfach hier reingeschrieben, hier gibt es nichts zu sehen. Und der Gag ist... Und irgendjemand hat noch reingeschrieben, als ich das bemerkt hatte. Meine Frau hat mich damals angerufen und gesagt, willst du eigentlich live sein? Und ich so, was? Ich bin live? Und bin dann hierher gekommen. Und habe ich so, ich bin ja live. Und jemand hat irgendwie reingeschrieben, beeindruckend, Mob. Seit einer Stunde ist hier nichts los, trotzdem 50 Zuschauer. So mitten am Tag. Obwohl nichts nur außer dem leeren Bildschirm war. Habe ich auch gewusst... Ja, das ist der Moment, wo du es als Streamer geschafft hast. Die Drachenlady ist weg. Sie könnte... sich versteckt haben. Ja, ja, das ist mit Mut. Also wie gesagt, ich habe ihn einfach bei einer Aufnahme einfach abgelegt und dabei ist er mir aus der Hand gefallen. Und zwar voll auf mein Stream Deck. Und ich so, habe ich irgendwas getroffen? Gucke ganz kurz hin. Nö, sieht alles gut aus, ne? Habe aber den Live-Button erwischt. Wirklich wie so ein Sniper-Schuss. Genau, Simon. So verdient man richtig Geld, indem man nichts tut. Ach ja, das ist ja... War lustig. Einmal war es lustig. Die hatte Belage und war dann weg. Ja, wir wissen auch warum. Guck, die haben gekämpft. Hier sehen wir es. Das ist passiert. Die Drachenlady hat sich vermöbeln lassen. Ja, dann können wir uns hier um den Terracotta-Friedhof kümmern. Mögt ihr auch Terracotta? Mit Mascarpone? Ja, ich weiß, ich vermische hier gerade eben ein, zwei Dinge absichtlich. Jetzt kann ich halt Ming-Ju tatsächlich doch benutzen. Kann jetzt Ming-Ju benutzen. Das finde ich ganz gut. Um noch mehr Geld zu generieren. Aber Sekunde, bevor ich das hier tue. Ich wollte ja einen weiteren Kommandanten rekrutieren. Ah, also Kommandant rekrutieren. Wir holen uns wieder einen meisterhaften Assassine. Der hier wäre listig. Der wäre aggressiv. Ich nehme einen listigen natürlich. Hier ganz im Ernst. 10% mehr Erfolg. Schosse für Hinterhalte. Jetzt, lieber Zauberer, haben wir doch sicherlich noch irgendwo, irgendwen, den wir benennen können, richtig? Das soll doch wieder gut steuern sein. Gut Arbeit, genau. Ah, äh, das ist eventuell zu teuer. Ne, wir, wir fangen auf jeden Fall mal mit Gotzenläufern an. Mehr kann ich gerade eben eh noch nicht machen, weil ich nicht genügend Kohle habe. Und in dieser Armee wird natürlich auch der eine oder andere Skavensklave sein. Da können wir nicht nur auf Elite gehen. Krapidus! Dann ist das ja der Krapidus. Dankeschön. Der Krapidus. Mhm, 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 mhm. Dann gehst du hier rüber. Ach, das ist jetzt sein Land. Näh, 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 ist doof. Warum ist der so pissig? Bewertung der Ausgangslage. Also es ist immer noch die relative Fraktionsstärke, die bei ihm dagegen spricht. Wenn ich jetzt mehr Truppen habe, wird er tendenziell eher Ja sagen. Slentor, dankeschön für deinen Sub. Ich grüße dich, mein Lieber. Willkommen. Hoffentlich wird er seinem Namen gerecht, mein Lieber. Ja, das ist, das ist, äh, kennst du das nicht, Streetpack? Das ist bei mir quasi wie der Kanarienvogel bei Mr. Burns, ne? Das ganze, das ganze, äh, Unternehmen ist auf ihn eingetragen, ne? Kennt ihr noch diese uralte Simpsons-Folge, wo Mr. Burns quasi sagt, weiß ich nicht, also sein, 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 sein Firmensystem quasi läuft, läuft alles auf diesen Kanarienvogel zu, damit er auf gar keinen Fall eingesperrt werden kann. Das Schlimme ist, so ein Scheiß geht in den USA halt teilweise wirklich, habe ich den Eindruck. Das ist einfach nur so total fragwürdig. So, Terracotta-Friedhof gehört nun auch. Sind wir so ein bisschen auf dem Durchmarsch hier? Und mit dem Terracotta-Friedhof? Oh, ich kann noch mehr Assassinen holen. Ja, das machen wir sofort. Der wäre diszipliniert, der wäre Waffenmeister, der wäre mit scharfen Krallen gesegnet. Oh, ich finde aber diszipliniert so gut. Auf der anderen Seite, nee, warte mal, wir machen einen hier, der scharfe Krallen hat. Der ist eigentlich auch nur für Agentenaktionen zuständig. So, wie soll der heißen? Schreib mal rein, Zauberer, wie sollen die Einheiten heißen? Und nochmal einen Heldennamen für einen Nicht-Zauberer. Genau, ich bin auf der Hut. Genau. Und sieben meint, ich glaube, bei denen Hinterhaltschance laufen bald auch die Städte in den Hinterhalt. Ja, wobei ich halt auch bei meiner Aktion mit Gorrock auf YouTube festgestellt habe. Entschuldigung, mit Gorrock. Mit Grog gar... Nee, es war Gorrock, die weiße Echse. Dass 100% Hinterhaltschance noch gar nichts bedeutet. Ah, genau, der soll Schleichdich heißen. Ja. Das ist der Schleich... Schleich... Dich. So. Was? Wen soll ich Arsch van Hilde nennen? Um Gottes Willen. Danger Mouse als Einheitsnamen. Ein echter Hohn für den Trupp. Ja, komm, dann ist das ja Danger Mouse. Danger Mouse. Level Up hier noch für den Kollegen. Kann bis zu 15% mehr Leben haben, der Typ. Ja, weiter, Mausche Knochen. Jetzt gebe ich mir auch mal die Verhüllungsbomben. Und wie gesagt, Schleichdich bekommt jetzt hier Aufgaben. Rationenbunkern? Unruhe stiften. Stiehlt bis zu 1000 Gold von einer Siedlung und reduziert deren Einkommen fünf Runden lang. Ja, in Nangau klau ich jetzt Geld. Machen wir uns jetzt hier auf den Weg mit ihm hier. Wobei das... Ich hätte jetzt erwartet, dass da einer fehlt, aber anscheinend nicht. Wupps. Jetzt können wir hier noch weiter leveln. Ach, der ist jetzt auch wieder da. Der Hummel Survivor ist auch wieder da. Das heißt, ich kann noch mal so ein Ding uns hier machen. Ich habe den Krapidus auf den Weg geschickt, oder? Ne, habe ich nicht. Keine Ahnung. Hauptsache, alles läuft nach Plan. Da passiert gar nichts, das ist halt einfach nur so, das was du halt als Stream so einstellst, was du halt einfach hoffst, was du im Monat damit machst. Ein Geld, in Anführungszeichen. Das ist so das Zeichen so an die Community. Wäre geil. So nach dem Motto. Gossenläufer. Nochmal zwei Gossenläufer, dann brauche ich... Ich bleibe erst noch bei Gossenläufern. Eins, zwei, vier. Diese Armee wird schnell sehr, sehr groß. Ich finde es krass, wie schnell Skaven Truppen rekrutieren können. Nahrung generieren, nein. Oh, warte mal hier, was bringt das hier? Nochmal zwei Nahrung, aber plus 80 zum Entdecken, das ist keine gute Idee. Die Erweiterung möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann machen wir noch das hier. Und ich muss es irgendwie wieder durch ein Einkommen ausgleichen. Weil der Gag ist ja, dass es gar nicht mehr so schwer ist, Nahrung zu generieren. Das war ja am Anfang, als die Skaven ganz neu waren in Warmer 2, es war ja fast nicht möglich, ne. Es war fast nicht möglich, die zu zu ernähren. Ne, ich habe noch kein Pest-Catapult-Pirate-Flausch. Das liegt auch einfach daran, dass all diese Einheiten mit Snick halt plus 200% kosten. Die sind zu teuer. Genau, Josch, zeichern die Community werfen mit Subs um euch. Ja, warum soll ich es nicht vorlesen, Mr. Gemini? Ich lese nur Sachen nicht vor, von denen ich das Gefühl habe, die haben nichts verloren im Dialog. Grubenkämpfer aus Höllenschlund. Und wieder ein Level, haben wir schon Level 18, yes, yes. Jetzt werden wir hier mal auf respektiert und gefürchtet übergehen. Wer ist denn das hier eigentlich? Die Village People sind das. Ist das eigentlich Skarven, frage ich mich gerade? Also wenn es nach mir geht, gehen wir jetzt Richtung Nangau. Dann ist nämlich der Name Gau dort Programm. Promé verbessern wir. Das hier können wir jetzt auch wieder zerstören. Können wir später wieder ausgleichen. Dann machen wir noch das hier. Ne, ah, ne, warte mal, ich muss noch mehr Einheiten rekrutieren. Also jetzt haben wir auf jeden Fall hier davon vier, davon vier. Nochmal einen davon. Ich weiß nicht, ob die mir nicht zu teuer sind. Warpflammenwerfer sind wir definitiv zu teuer. Ja, Gossenläufer. Ich brauche noch mal ein paar Gossenläufer. Und wie bekomme ich eigentlich nochmal Äh, wait, what? Warum habe ich hier die Ashen-Zauberer nicht zur Auswahl? Das finde ich sehr, sehr seltsam. Warum habe ich die Ashen-Zauberer nicht zur Auswahl, um sie rekrutieren zu können? Warlock-Techniker? Hä? Ich habe das Gefühl, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Weil hier sind sie möglich. Hier im DAX-Bau. Seht ihr, was ich meine? Die sind hier nicht zur Auswahl. Das ist doch ein Bug. Also ich kann, ich kann gar keinen Ashen-Zauberer rekrutieren. Ah, hier, oh Gott. Da geht es ja weiter mit dem Pfeil. Dankeschön, Leute. Habt es gerade selber gesehen, aber ihr habt es auch gesehen. Warum macht ihr sowas? Warum macht ihr sowas mit mir? Genau, komm, der ist zuversichtlich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den nächsten Zauberzausel. Lieber Zauberer, können wir den hier auch benennen? Ich glaube, ja, wir können. Da gab es nämlich schon seit langer, langer Zeit jemanden, der so genannt werden möchte. Das ist der Ratzputin, genau. Der Ratzputin. Das hat leider nicht geklappt. Ja, es gibt schon ein paar geile Wortwitze, Sarkas, ne? Hm. Ich finde es interessant, wie hart hier die westlichen Reiche hier gerade eben auseinanderfliegen. Ich bin sehr überrascht, deswegen. Ich sehe ganz oft den Wald vor lauter Bäumen, nicht, Josh? Das ist das Problem. Aber ich habe mich echt gefragt, wo ist denn der jetzt? Wo ist denn durchschalten? Wisst ihr, das zeigt einfach bloß, wie gut der sich verstecken kann. Der ist ein professioneller Ninja. Ja. nicht angriffen Pakt würde ich mit dem machen. Das sollte einfach nur zeigen, wie geil die in ihrem Job sind. Da ist aber tatsächlich die Drachenlady noch gar nicht dabei. Ich hätte sehr, sehr gerne sie geschlagen. Boah, nochmal 15% mehr Erfolgschance für Hinterhalte, immer doch. Das Drachentor ist übrigens gefallen, wie man sieht. Und hier ist auch alles kaputt. Aber daran bin ich nicht wirklich beteiligt. Guck mal, wer ist das? Der Schleich dich. Aber wir sind ja gerade eben schon beschäftigt. Mehr Nahrung bunkern muss ich gerade eben nicht. Ne, wir machen schon genug gerade eben. Ich glaube, ich schleiche mal in diese Richtung und schau mal, ob das hier von einer anderen Ratte besetzt ist oder nicht. Und du machst dich mal in die Richtung. Oh, natürlich trotzdem noch mal ein bisschen Nahkampf-Elite. Nicht viel, aber ein bisschen. Und irgendwie noch mal sowas wie ein Giftwind-Mörser. Dass die Armee ähnlich aufgebaut ist. wie die von Snick selbst. Diplomatie. Eckett Klaw. Aber mit Eckett Klaw kann ich nicht viel tun. Guten Abend, Zeph. Äh, was für einen Buff meinst du, Simon? Weiß genau. Das weiß ich nicht. Das weiß ich gerade eben nicht auswendig, Simon. Ich weiß, dass leider nur bei ganz, ganz wenigen es sind zu viele. Und man begegnet ihnen halt dann auch einfach nicht oft genug. Ich weiß zum Beispiel, dass Torik Eisenstirn einen ziemlich geilen hat. Der bringt halt Rüstungsbrechner in Waffenschaden für die gesamte Armee. Ich weiß, dass auch Volkmar der Grimmigen einen ziemlich geilen hat. Tyrion hat einen ziemlich geilen. Ähm, der bringt glaube ich auch irgendwie Angriffsbonus genauso wie auch der von Volkmar. Aber bei ganz vielen weiß ich das gar nicht mehr. Das ist halt auch einfach zu viel immer auf einmal. Oh, Hinterhalt verhindert. Was? Oh, wir haben eine Unterstadt bekommen. Oh. Jetzt wissen wir, dass die da drin hocken. Ja, dann kann ich hier mal plüten. Äh, hallo? Ich möchte drauf... Ne, da ist die Drachenlady immer noch nicht. Und hier? Wo ist die denn? Hat die sich jetzt dazu entschieden, nicht zu... respawnen, wie sie es sonst immer tut. Der Eindruck entsteht. Na gut. Die Stadt selber möchte gerne von uns geschleift werden. Ich wollte gar nicht die Siedlung angreifen. Was soll denn das? Ich wollte dich hier anklicken. Na toll. Das war nicht der Plan, aber ich nehme ihn auch. Na gut, na gut, na gut. Das ist der Moment, wo so ein Hinterhalt auch einfach mal nach hinten losgehen kann. Ach ja. Aber wird nicht schlimm sein. Hmm. Oh, das hat geklappt. Gar nicht so anzugreifen. Cool. Dann verbessern wir dich noch und Taui und gehen in den nächsten Term. Und jetzt ist sie natürlich pünktlich wieder da wie die Eisenbahn. Der Gag ist, das Spiel macht hier raus tatsächlich für mich einen Pyros-Sieg und ich verliere keine einzige Einheit. In so einer Situation nicht einfach zu sagen ja, danke ist geradezu kätzerisch. Jetzt können wir hoffentlich noch in der nächsten Runde den Laden plündern. Oh, Grimgorg. Grimgorg möchte einen nicht Angriffspack. Guck mal dann. Wir sind so respektabel, dass selbst ein Grimgorg Geld bezahlt. Er zahlt Schutzgeld an uns. Sagt alles, ne? Er hat einfach Angst, dass wir ihm die Beine brechen. Er weiß, was wir mit den anderen Orcs gemacht haben am Anfang vom Spiel. Ja, ja, so habe ich einen Buff bekommen. Richtig, da. Ah, der ist auch mega geil. Plus 3 Nahkampfabwehr für die gesamte Armee und Anstromabwehr und Experte für ihn selber. Also gut, Miao Ying hat auch einen geilen. Sehr, sehr geil. Achso, die Dissidenten sind vernichtet. Nicht die da. Das hätte mich gewundert, wenn die jetzt hier auch schon weg gewesen wären. So, nochmal ein weiterer Level-Up. Respektiert und gefürchtet wird es jetzt hier auch. Morsche Knochen haben wir jetzt ausgemaxt. Ich gebe ihm blutige Klinge und den Gegenschläger. Ich raube das Ding einfach nur aus. Da war einfach keiner mehr drin. Was muss ich eigentlich mit dem Ding hier machen? Erobert diese Siedlung. Ja, das kann ich ja nächste Runde immer noch tun. Oder ich mach's gleich. Aber dann ist sie vernichtet. Ah ne, sie ist noch nicht ganz vernichtet. Ach, was soll's. Stufe 2. Meins. Aufgabe erfüllt. Nangau gehört uns. Das hier kommt raus. Töpfer waren. Das erste, woran wir denken, Töpfer waren. Und jetzt haben die keine Siedlung mehr. Ich glaube, die Drachenlady ist gleich fertig mit der Welt. Ach, wie geil. Wir haben schon wieder so ein unterirdisches Netz. Hm, ich habe vor, es noch weiter ausbreiten zu lassen. Irgendwann werde ich einfach zu viele davon haben. So. Mach ich einfach überall das gleiche hin. Promé. Promé machen wir öffentlich Ordnung und Wachstum rein. Terracotta Friedhof. Machen wir Wachstum rein. Du plundest hier einfach fröhlich weiter. Stellt die Gesundheit alle Einheiten eurer Armeen wieder her und die verwundeten Kommandanten und Helden kehren sofort in die Frage. Das sehe ich ja jetzt erst. Heiliger Bim Bam. Das würde ich mir bei so manchen Fraktion wünschen. Okay. Alles klar. Was habe ich schon seit dem letzten Turm? Nach wie vor ist diplomatisch mal wieder einfach mal tote Hose. Gini Fix du kannst mir auf jeden Fall davon berichten. Also so im Sinne von darüber reden interessiert es mich schon. Es jetzt anzugucken gerade eben würde ich jetzt gerade eben nicht tun. Aber es wäre natürlich schon interessant wäre zu wissen wer ist da eigentlich gerade eben so einer der Platzhirsche in der DBWL. vor allem was für Mannschaften. Okay. Also den haben wir jetzt auch am Start. Dann bewegen wir dich mal dahin. Ach die Unterstadt. Okay. Jaja also die Unterstädte die kommen immer wieder die breiten sich jetzt halt auch immer fröhlich aus. Die werden sich wahrscheinlich auch noch mehr ausbreiten weil jetzt habe ich halt hier Ah ne er hat er hat meine Unterstadt zerstört. Ne hat er nicht. Oh Gottseidank. Ich war gerade schon in der Sorge dass er sie entdeckt hat. Ne hat er nicht. Ich hätte eine Meldung bekommen wäre das passiert. Ach Thor ist immer noch da. Gegen dich. Du weißt dass ich Thor kenne. Ich habe damals ein paar mal gegen Thor gespielt. Ich habe nie gegen ihn gewonnen. Und Thor hat auch schon oft gewonnen damals. Ja es ist kein Wunder dass den jeder kennt dort. Das ist kein Wunder bei dem wie der spielt. Die ersten drei Mal die wir gegeneinander gespielt haben war es ein Unentschieden und dann hat er irgendwann mal angefangen mich nur noch zu besiegen. Dann hat er irgendwann mal gewusst was ich kann und da kam ich nicht mehr mit. Das war damals ziemlich krass und er hat einfach nur noch gewonnen das war heftig. Ja ja Thor ist krass das ist wirklich der Fall. Funfact die haben sich jetzt hier in eine Liege holt ne. Ich glaube ich soll das Ding einfach mal plündern. Weil wir so ein Spiel Verderber sind wobei ich könnte es auch einfach erobern dann ist jetzt wirklich vernichtet. Der Bronzespalter Ja die nördlichen Entschuldigung die nördlichen Provinzen sind ja gleich die westlichen sind der Bruder. Also wir haben die nördlichen Provinzen vernichtet. Respektiert und gefürdet abgeschlossen. Dann wollen wir die Arcane Kanalisierung haben um noch schneller Energie zu produzieren. Das brauchen wir hier nicht. Hier kommt ne Verteidigung rein sobald es geht. Wir sorgen uns wieder für Wachstum. Mit dem habe ich noch gar keinen Krieg. Aber ich könnte ihn mir jetzt leisten. Mit dem Brüderchen. also Brüderchen Krieg erklären. Oh der hat den Gold Zahn als Verbündete. Bin ich bereit gegen Ogre zu kämpfen? Ja. Definitiv ja. Ich raube den Laden aus. Mehr will ich noch gar nicht machen. will ihn einfach nur so richtig schön verargen. Ja komm wir plündern hier weiter. Okay wir haben den kleinen Überfall durchgeführt. Nahrung plündern wäre ne Idee. Das könnte jetzt hier der Schleich dich machen. Und zwar hier. Das hat geklappt. Dann haben wir auch den Hammer Dude hier wieder. Äh den Hammer Survivor. Dann schicken wir gleich jetzt hier wieder los für die nächste Aufgabe. Ja ich weiß ich könnte es über Grimgorg machen aber wir machen es einfach so es ist eh schon zu spät. Ich weiß dass man sich da wunderbar noch irgendwelche Sachen holen kann über diplomatischen Weg aber ich denke irgendwie nie dran. ich denke da ein Handel mit Lord Scroll Gutes Nächte Friedrich schön dass du da warst und wer du erst mit Weltraum sehen willst dann sei morgen dabei morgen spielen wir Kerbal Space Program 2 ich schau es mir mal an ich hab den ersten Teil nicht wirklich gespielt weil er mir einfach zu wenig zugänglich war und ich nicht die Zeit damals hatte aber ich bin gespannt wie jetzt der zweite Teil ist ich hab schon mal reingespielt hab mich bis jetzt zumindest neugierig du hast recht zauber ich muss den obersten Einsatz machen aber da muss ich mit 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 Snick doch hin das Problem das nervt ein bisschen aber jetzt habe jetzt die Zeit dazu hast schon recht wobei warte mal jetzt kommt dir der Bruder an vielleicht habe ich doch nicht Zeit ich muss erstmal jetzt hier den fernen Osten besser kontrollieren ja das war deine Schwester auch und du siehst wohin sie es gebracht hat bin da jetzt nicht so überzeugt von dass eine Aussage ich bin ein Drache mich jetzt überzeugt ich weiß es war doppelt gemoppelt aber auch mit Absicht dann tun wir denen jetzt hier mal ein bisschen wobei 29 prozent egal ich mach es hat leider nicht geklappt aber es hat ihm ein bisschen was beigebracht so nan lie verbessern wir ein bisschen ähm ich bin überlegen ob ich noch eine weitere Skarvenarmee aufstellen soll ja komm wir machen das wieder ein meisterhafter Assassine in diesem Falle einer der sehr zuversichtlich ist haben wir eigentlich noch mal Namen zu vergeben lieber Zauberer ähm wir gehen hier direkt auf fünf Stück sechs radikal alles klar radikal der ist absolut radikal dankeschön Seth für deinen Reset im 44 grausame pläne das würde uns halt noch mehr Verlust Versteigungsrate bringen ja komm fünf Prozent mehr Verlust Versteigungsrate sind es schon wer wir gehen jetzt da runter überlegen ob ich es einfach übersetzt und von der anderen seite jetzt mit dieser armee komme das ist für einen turn für einen nur machen wenn man angreift drei namen für helden noch frei ok ich sehe nicht dass wir das gewinnen wir könnten höchstens zuschlagen versuchen ihnen wehzutun und abhauen oder wir lassen es wir lassen es ernsthaft das habe ich nicht kommen sehen ja lieber Skunk du warst ein treuer Begleiter ich bin eigentlich ziemlich weit weggelaufen ich frage mich gerade eben ernsthaft wie der das schaffen kann da hinterher zu kommen keine chance hey gelixan grüß dich ach weil er hat die siedlung angegriffen ne der hat ihn angegriffen oder doch die siedlung aber warum war die siedlung nur verstärkt ja den kannst du haben okay na die frage ist ja die frage laden laden und einfach den versuchen den hinter halt zu spielen den ich garantiert nicht gewinne oder es einfach akzeptieren weil ich bin immer noch der meinung die armee ist so oder so trost so sehe ich das duck meint er würde laden spielen also ich mache was ihr sagt in dem fall noch können wir laden noch haben wir den autosave macht mal eins für laden zwei für lassen ja da kommen fast nur zweier paar einser war fast ja wobei jetzt fängt es an auszugleichen ja jetzt kommen wieder mehr zwei es sind schon mehr zweier es sind schon mehr zweier nee dann lassen wir es wie gesagt es ist nur schade um den armen skunk aber so ist das leben als ratte die gute nachricht ist wir können dadurch jetzt hier quasi eine weitere normale armee wieder aufstellen tut mir leid aber er kannte das risiko dann nehmen wir nochmal den mörser und noch die zwei und wir gucken ja gerade ein bisschen dumm aus der wäsch jawohl die haben wir weg gemessert mit erfolg das wollte ich eigentlich nicht aber dann machen wir noch mal die diplomatie boah ein Schutzbündnis mit der gesegneten furcht die plänkel brothers so nannten sie sich von hunger getrieben und danach dann immer etwas mehr also der plan muss es jetzt sein die irgendwie aufzuhalten auf die eine oder andere art wahld ich fahre mal zurück ihr seht es ist völlig egal was ich mache. Der macht jetzt genau das gleiche. Nur dieses Mal ist es mit diesem Schlachtfeld deutlich interessanter. Okay, das müssen wir jetzt gewinnen. Sonst verlieren wir unsere Hauptarmee. Ja, laden ist jetzt nicht mehr möglich. Aber jetzt müssen wir Halt gewinnen. Wir haben aber hier eine ziemlich gute Ausgangslage, dass seine Fernkämpfer hier wegen dieser Säulen hier wahrscheinlich nicht so viel zu lachen hat. Ach, das sind ja gar keine Säulen. Das sind ja nur Teiche. Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Wow. Wisst ihr, er ist der Angreifer. Er wird warten, bis diese Saubande da ist und dann wird er angreifen. Mir gefällt das nicht. Nein, nein. Nein, nein. Wir haben alle hier. Okay, go. Wie sieht es hier aus? Ja. Die haben sich hier aufgeteilt. Wild. Dann geht mal ran zum Schleudern. Wo geht es da hin? Ihr geht da hin. Ich bin nur nicht. Gatoramas! Quick! Arnigraps will! March scabbing, yes! Drediest bit! Shut up! Dormant! Wo ist der General? Ich sehe ihn nicht. Hä? Wo ist er denn? Ach da! Er ist schon eine Drache! Ups! Hab ihn nicht gesehen gehabt. Was? Wir machen den Drachen auf jeden Fall gerade ganz gut fertig. Ich sag's euch. Ich sag's euch! Sehr guter Master! Wir müssen uns jetzt aufhören! Jetzt, jetzt, jetzt! Wartveränder! 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 Autsch! Tschä, mieslinge! Wie es flieht ey. Ja, er hat natürlich meinen Magier getötet. Das hat er noch geschafft, bevor er selber geflohen ist. Finde ich jetzt mega. Also nicht. Er ist noch gar nicht gestorben. Der kämpft da noch. Oh Mann. Jetzt macht den Typen endlich alle. Tja, regt mich auf. Der schafft es die ganze Zeit zu entkommen ey. Äh, die habe ich natürlich nicht erwischen können beim. Okay. Das war nicht cool. Der große Drache ist down. Die Zeit, go! Die Böden! Für die Böden! Die Kanzler, komm her! Ja, ja, ja. Richtig, now! Die! Die! Take the... ...haha, yes! Richtig! They have hidden real mothmen! Kill! Kill! Poisoned wind, mortar! Back on the ground! I've laid only... ...go! Yes, yes! Und ihr? Ja, oh Gott, das sind ja noch Bauernspeerträger. Nicht so cool. Nochmal ein gegnerischer General. Oh Gott, den muss ich mir auch noch holen. Der verliert sich gegen die Bauernspeerträger. ... Also das, was seine Schwester nicht mal im Ansatz hinbekommen hat, das schafft er jetzt so wie es aussieht. Uns hier auseinander zu nehmen. ... 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 zu den Niedel Ja, ja, ja. Gehen die sind wir im Nahkampf besser, sollten wir zumindest sein. Okay, du hast jetzt die hier verfolgt, das hilfst du noch gegen, ah ne, die sind auch gebrochen, gut. Jetzt müssen wir den General von denen töten, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Das bleibt alles ein bisschen schwierig grad. Boah, die haben sie gesammelt da hinten, geil. Ja, ja. 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 Da. Ja. Komm beeil dich, du musst da mithelfen. Boah, der besiegt Snigsch noch, das kann einfach nicht wahr sein. Ja, oder auch nicht. Nein, Snigsch flieht. Ach, come on. Sammel dich wieder Junge, sammel dich. Der sammelt sich nicht mehr, der Müsling ey, kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ich spiele erneut, das sehe ich nicht ein. Oh, ey, ohne Witz, das war einfach nur am Ende ein bisschen Pech, ne? Ich meine, mit ihm war es schon Pech. Das geht auch irgendwie schon. Ich werde dieses Mal meine Kräfte hier konzentrieren und versuchen von da rein zu stoßen. Dann komme ich von oben. Dann ist es ein bisschen besser für uns. Mit denen kann ich versuchen von da zu kommen, weil die sind nämlich unsichtbar zusammen mit denen da. Vier. Fünf. Und den Assassinen schicke ich da drüben mit. Also gut, schauen wir uns mal die Situation an. Also ihr werdet jetzt hier hart angreifen. Zusammen mit Snigsch, der jetzt dafür auch gleich sorgt, dass ihr definitiv nicht zu sehen seid. Das ist nochmal die Artillerie. Genau, ihr greift wunderbar jetzt hier einfach im vollen Tarnmodus an. Ihr geht da hin. Da hin. Ihr rückt da vor. Ihr stellt euch einfach da hin. Du gehst noch mit da hin. Weils! Power of Shadow! Power of Shadow! My blade slice await! There he is, old wretch! Get in, Cheyenne! Our tail's yours! Jetzt kommen diese miesen Flutterviecher. Hier sind wir jetzt durchgebrochen. Okay. Wasp, Grinder! Most, most, yes! Wasp, wasp on! SIRT! We are there! Whoa! Now! Ready now! Stambling! Moving! To the vermin' tide! Poison twin, order! Poison, hurry! Posse, move! Hey, what? What orders? Yes! 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 String the counterpart! Die, die! Press back! Poop, Grinder! Yes! Ich will auf dem Zimmer ein paar raten entgegen. Da drüben ist halt die feindliche Elite am Start, ne? Und das mag man halt auch. We can tryads! Comply, agree! Our tail's yours! On-onwards! Die, die, die! Stab, stab! Die, die! Die, die, die! Die, die! Die! Die schwarze ist halt doch,孟! Deine Pome. Wasp! Die schwarze ist haltbar! Na gut. Ja, läuft diesmal viel besser sogar. Nicht nur ein bisschen besser. Viel besser. Der Drache ist halt immer noch in der Luft. Wow, diesmal haben wir gewonnen. Es ist manchmal kurios, dass so eine kleine Änderung einen so riesen Impact hat. Das überrascht mich immer wieder. Oder ein Zinziger. Ja, leider nicht. Aber wie gesagt, dafür gibt es halt auch diese Funktion. Dass man es nochmal versuchen kann. Und wir haben auch dieses Mal deutlich weniger verloren. Und vor allem auch unsere Charaktere nicht verloren. Das spielt halt alles auch noch eine Rolle. Das andere war eine Vision vom Wein, meint 3-Pack. Wirkte echt wahr, aber nicht so. Ja, also diese Vision, diese Nebenwirkungen. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Merkt ihr das? Trinkt einfach keinen Wein von den Skarven. Sonst habt ihr ganz komische Visionen. Jetzt kann ich die hier sogar auf der Flucht sogar nochmal hier, wie ihr sehen könnt. Mit diesem Erdbeben hier ziemlich fertig machen. Ja, das hat sogar nochmal ein paar Einheiten ausgelöscht. Sehr geil. Ja, das reicht mir jetzt. Gefecht beenden. Gefecht beenden, das passt. Also der Unterschied ist gewaltig, finde ich. Der ist echt gewaltig jetzt hier so vom Outcome. Ich habe das Gelände besser genutzt. Das ist richtig, Belohner. Richtig, richtig, richtig. Ich war bloß vorhin total irritiert. Und das war mein Fehler. Das, so, äh, warum ist da jetzt keine Säule? Und okay, dann gehen wir halt direkt auf den Boss und machen ihn halt gleich weg. Aber der bessere Weg war halt, sich in dem Fall halt einfach mal zu sagen, ich ignoriere den Boss und mache erst mal die Flanken fertig. Weil die sind leicht zu besiegen gewesen, ne? Wenn man etwas schnell besiegen kann, sollte man es auch schnell wegmachen. Ich nehme die Flussverstärkung. Weil dann ist man das los und man hat dann plötzlich wieder eine Überzahl, wo man vielleicht vorher keine hatte. Die Intrige des Lebens, nur wenn ich es unbedingt brauche. Gerade eben sehe ich nicht, dass ich es bräuchte. Denn, äh, tatsächlich sind die jetzt gerade eben ziemlich fertig. Sie bräuchten jetzt so etwas. Oh, Tal ist meine Bewahrung. Und plus fünf Rüstung für die gesamte Armee. Fünf Rüstungen sind für uns nicht mal wenig. Was ist denn da los? Okay, wir nehmen jetzt... Oh, wie schlüpfe ich nehme? Nee, ich nehme sammeln. Und dann magische Reserven. Noch mehr Gegenoffensive. Das wird direkt ein Hinterhalt. Dann hole ich mir nochmal drei Prozent Verlustverstärkung. Das ist eigentlich die Gelegenheit, Leute. Ich habe immer wieder einen Drachenflugstein, aber den will ich ja nicht. Ich will das Ding hier, dass er jetzt hier weniger Schaden frisst. Wir haben noch gar keine Rüstung. Widerstandsdrang. Ah, wie geil ist das denn? Federrupfenanhänger. Der ist jetzt wiederum nützlich. Gegen Drachen. Und anderes Gefieche. Der Bronzespalter, den bekommt er noch. Mit dem Drachenflugstein kann er ihn auch noch haben. Die Armee ist mir total egal. Wir holen uns das jetzt hier wieder zurück. Gut, jetzt gehört wieder uns, was uns gehören sollte. Hier kann ich nichts tun, weil wir 0% Chance. Ja, der hat in der letzten Runde jemanden gemessert. Deswegen. Nee, unsere Armee war gar nicht so geschwächt. Also die war überraschend fit. Auch nach dem Sieg. Und dann haben wir uns nochmal die 10% geholt. Also wir haben da wirklich zum Glück so gut wie nichts verloren. Gossenweisheit. Führerschaft für Gossenläufer, Todesläufer, Schattenläufer. Mehr. Nochmal 20% mehr Geschwindigkeit und nochmal mehr Reichweite. Die schießen. Und das betrifft jetzt halt hier schon ein paar von denen. 161 Reichweite, Geschwindigkeit 70 für die. Geschwindigkeit 76 für die. Und für die ist es auch Geschwindigkeit 70. Das ist ganz praktisch. Der levelt jetzt auch nochmal. Jetzt hat er die 104. Ich würde den Terracotta Friedhof hier momentan noch nicht machen. Ich spare. Aber wir machen das hier. Mehr Nahrung generieren. So, wie sieht es mit dir aus? Du rekrutierst hier noch. Wenn das hier da ist, haben wir 275 nochmal weniger. Das heißt also, wir sind ungefähr so bei 1000. 500. Ja, komm, nochmal zwei Stück von denen. Brauchen aber nochmal ein bisschen mehr. Ja, wir müssen, wir kommen ohne Skla... Wir kommen nicht drum rum, auch ein paar Skavensklaven zu nehmen. Einfach um die Armee bezahlbar zu halten, ne. Bei Skavensklaven, die stelle ich dann sofort die Schleuderer. Dann... Saubertechnisch... ...fehlts uns jetzt halt einfach. Und auch Heldentechnisch fehlt es uns. So, der Kollege hier macht einen Sprung hier hin. Ja, das mit dem vollen Speicher ist aber auch nur bedingt, ne. Also ich mach's auch wegen dem Wachstum tatsächlich, fällt mir schade. Das Wachstum ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass es nützlich wäre. Und Promé wird jetzt rebellieren. Ja, irgendwas ist ja immer. Ja, Mai. Deswegen heißt es ja auch Promé. Bei der Geschwindigkeit kommt die Reichsgarde nicht mehr hinterher. Ja, wie gesagt, also schwere Kavallerie hat da, glaube ich, Trouble. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dann halt auch noch die minus 15 oder minus 20 Prozent Netze, die werfen ja auch Netze innerhalb von 35 Metern um sich herum. Das heißt, wenn du in ihre Nähe kommst, verlangsamen sie dich auch nochmal. Um einen gehörigen Betrag. Das heißt, es ist fast nicht möglich, an sie ranzukommen. Und wenn du es irgendwie noch schaffst, dafür zu sorgen, dass deine Fernkämpfer Giftschaden verursachen. Was, glaube ich, möglich ist. Ich will hier gerade nochmal was gucken. Geht das, glaube ich, mit irgendwelchen Verträgen oder sowas in der Art? Äh, ne, das bringt nur Nahkampfabwehr. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu hart. Der Schleich dich soll das machen. Dann, äh, wird es halt noch krasser, ne? Weil die halt dann noch mehr Geschwindigkeit verlieren würden. Hui, guck mal, was hier los ist. Da sind ja richtig Leute da. Fallerie und Fallera. Okay. Ich würde sagen, wir begeben uns nun in seine Lande. Nicht so sehr wegen dem hier, sondern wegen dem, was dahinter sich befindet. Und jetzt schauen wir mal, was sich hier versteckt. Warum wurde das nie besiedelt? Die Rebellion zerschlagen. Wenn ich Glück habe, machen die das hier beim Vorbeilaufen. Notfalls kann das auch er tun. Wir haben ja noch eine Armee, von daher haben wir da gar kein so großes Problem damit. Was sagt denn die Diplomatie? Clan Moors macht einen nicht anderes Pakt und einen Handel. Und Clan Skryl ist auf einmal auch von uns überzeugt. Boah, ganz im Ernst, ich finde tatsächlich jetzt gerade eben Snick zu spielen, ist einer der befriedigsten Erlebnisse seit langer, langer Zeit im Vergleich zu vielen anderen Fraktionen. Kann natürlich auch Zufall sein, also bis auf diese eine Schlacht gerade eben, die ich zweimal spielen musste. Aber ansonsten ist das hier gerade eben sehr zufriedenstellend. Weil wir kontrollieren jetzt halt zusammen mit unseren Verbündeten. Ich meine, Lok hier Fellhardt ist unser Verbündeter hier wirklich in weite Flächen des Landes. Und es gibt wenig, was sich uns hier in den Weg stellen könnte. Ah, der Hummel Survivor ist wieder da. Er hat seine Aufgabe erledigt. Wieder einen Vertrag erhalten. Jetzt kommt es hier Schlag auf Schlag. Also, Hummel Survivor, machen wir weiter. Wir kommen hier voran mit den Verträgen. Entschuldigung. Auch wenn es eine Weile dauert. Aber es geht zufriedenstellend schnell. So, jetzt gehen wir mal plün... Ne, ich mache hier tatsächlich einen Sprung. Weil ich zum Schreien der Alchemisten möchte. Du hast das hier genommen. Du kannst dich nach Shang-Yang vorrücken. Jaja, es ist der schnellste Weg so rum. Da kommt schon wieder eine Armee, aber für die interessiere ich mich nicht. Die hat, glaube ich, noch nicht gerafft, dass ich auch von der anderen Seite komme. Also, das Leben ist für Katai hier, glaube ich, gar nicht so einfach. Da, wo wir uns befinden. Mit all diesen Gegnern, die sie von allen Seiten permanent umzingeln und attackieren. So, wie wir das jetzt auch gerade eben machen. Äh, schneller Handel, solchen Clan, nein. Aber leider hat er auch überhaupt keinen Bock auf einen richtigen, ähm, Vertrag mit uns. Also einen richtigen, wie heißt es? Militärisches Bündnis. Macht er nicht. Besser als Cetra? Ja, viel besser. Also Cetra war ja... Also ganz im Ernst, das Erlebnis bei Cetra. Mit, äh, Torgrim. Äh, nicht Torgrim. Äh, Torek. Torek Eisenstirn. Da habe ich noch PTBS ein bisschen von. Oh, sie haben es kaputt gemacht. Sie haben es kaputt gemacht und damit auch meine Gebäude. No! Das war nicht nett. Von den Village People. So, jetzt holen wir uns hier noch immer noch etwas mehr. Hier wird es schon belagert. Das beenden wir jetzt hier mal schnell. Ups. Das war es schon mit denen. Da holen wir uns noch mal ein bisschen extra Kohle. Nahrung ist komplett voll. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Hier nehmen wir respektiert und gefürchtet. Äh, Torgrim. Ja, hierhin. Und du machst dich da hin. Das ist seine große Siedlung. Die muss ich jetzt einfach mal eine Runde belagern. Und dann gehört die uns. Geht's nochmal an, ob wir dieses Jahr neben den Chaos-Zwergern noch eine andere Rasse kriegen oder nur Lord Pax bis 2024. Keine Ahnung. Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung. Da ist alles möglich. Es ist möglich, dass sie was Neues auspacken. Es ist möglich, dass sie erstmal wieder auffüllen. Also da wage ich auch nicht mal eine Prognose. Ich meine, es kann sein, dass sie Int bringen. Es kann sein, dass sie Nippon bringen. Die Weltkarte hat auf jeden Fall noch Platz. Also wenn wir jetzt gerade einmal hier südlich von uns gehen. Diese Zipfel hier. Du kannst, selbst wenn du mit den Schiffen dran vorbeifährst, du siehst nichts. Das ist leer. Da kann noch was hin. Und das ist nicht mal, also, das reicht für eine komplett eigene Fraktion im Grunde hier de facto. Aber, wie wir alle wissen, bei Three Kingdoms gab's das auch. Und sie haben's nie gefüllt. Schon wieder? Darauf hatte ich keine Lust. Die spannende Frage ist, ob sie dieses Jahr noch eine Roadmap bringen. Stimmt, die haben gar keine Roadmap. Jetzt, wo du sagst. Mal, Rotor, äh, jetzt bin ich. Stimmt, die haben keine Roadmap. Haben die keine Roadmap? Das ist eine verdammt gute Frage. Nabenschnalli, grüß dich. Oh, eine Konföderation. Das ist ja mal ungünstig. Was mich ein bisschen nervt ist, dass ich diese Siedlung offensichtlich nicht wirklich angreifen könnte. Oh, dankeschön an Ghost Fox für den Raid. Schönen guten Abend und willkommen. Was gab's denn bei euch? Kann ich das hier? Ja, das machen wir. Wir gehen auf die Rente auf Level 3. Willkommen an Ghost Fox und seine Bande hier. Willkommen. Danke für den Raid. Gewürze haben wir schon. Hat's bei euch auch Warhammer gegeben oder gab's bei euch was anderes? Hallöchen Janrod, Hallöchen an den Poohmeister. Willkommen, willkommen. Danke für den Raid. An den Ghost Fox. Wir nehmen hier, Moment, auch respektiert und gefürchtet. Ah, ihr habt Sea of Seas, die Jack Sparrow Kampagne gespielt. Ich hab noch nie Sea of Seas gespielt, tatsächlich. Also ich besitze das Spiel nicht mal. Aber ich sehe, dass viele Leute das mit großer Begeisterung spielen. Bei mir gibt's halt hauptsächlich Strategie und manchmal ein bisschen Rollenspiele und so Kram. Und Warhammer. Und gleich auch noch Blood Bowl. Also wir werden gleich noch zu Blood Bowl 3 wechseln. So, das Rad Karuta will ich ihm geben oder will ich ihm das Rad Karuta geben? Ja, ich will ihm das Rad Karuta geben. Okay, diese Siedlung ist nun unser. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich mir die ernsthafte Frage stellen muss, ist diese Siedlung angreifbar? Die haben hier die Jade Krieger. Oh, die sind so ätzend als Gegner. Also wenn ich jetzt hier angreifte. Kann man so nur den Korb spielen, okay. Ja, das ist ein... Oh Gott, die haben... Gut, es ist kein Drache dabei. Wir probieren's. Lasst es uns versuchen. Ich muss mir aber mal die Siedlung anschauen und mal überlegen, von wo aus man am besten jetzt hier angreift. Mr. Gemini spielt jetzt Clan Skryl? Ja, ich wünsch dir Glück. Okay. Und Ghost Fox? Bist du schon häufiger mal auf mich gestoßen oder war das gerade so eine Spontanaktion? Ich bin neugierig, falls du noch da bist. Jetzt müssen wir mal ganz kurz mal schauen. Also... Oh Gott, das ist hier ein bisschen blöd. Das ist auch ein bisschen blöd. Blöd bleibt das Hauptthema. Nee, hier kommen wir gut rein. Hier kommen wir gut rein. Das werden wir von der Seite aus versuchen. Geht da hin, dann schleudern wir unseren Kram da hin. Oh, was ist jetzt passiert? Ich glaube, mir stirbt gerade eben mein Bildschirm. Da ist irgendwas Blödes passiert mit meinem Bildschirm. Jetzt geht er wieder an. Einer meiner Bildschirme tut Dinge, die er nicht tun sollte. Halten wir das mal fest. Ich will mit denen hier auf jeden Fall Druck machen. Ah nee, ihr geht auf die Nummer 3. Ihr macht die Nummer 4. Nummer 2. Nummer 5. Und jetzt schauen wir uns mal die Sachlage an. Okay, ich glaube, Ghost Fox ist leider schon weg. So, dann... Schicke ich mal einen von denen jetzt hier schon mal vor. Um hier schon mal Stress zu schieben. Und euch beide einfach mal mit vor. Du stellst dich da hin. Ja, wir laufen. Lassen wir uns mal laufen. Au, natürlich, natürlich. Natürlich. Hier geht das auch rein. Wo haben wir denn den anderen? Da haben wir ihn. Der muss da hin. Komm schon, krall sie dir, krall sie dir. Du musst da durchpushen. Yes. Yes. Ah, sie musste weg. Oh. Gut zu wissen. Dann soll sie ruhig mit dem Hund Gassi gehen. Der braucht das sicherlich. Ihr geht es auch mit rein. Ihr auch. Go, 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 go. Ähm. Wo sind die denn? Da sind die. Ich krieg die nicht zu fassen, oder? Doch. Ähm. Jetzt rennen sie weg. Oh, Mist. Genau im falschen Moment ist es passiert. Ihr kommt hier rein. Was könnt ihr euch schnell hier noch tun? Löse Dinge hinzaubern. Die fliehen jetzt halt leider auch. Also wir haben Schaden gemacht, aber der Schaden reicht nicht. Die haben sich jetzt hier gesammelt. Das ist großartig, aber das hilft mir momentan nicht so viel. Haben sich beide hier gesammelt. Ja, dann kämpft sich der Snick-Schalter drüben so ein bisschen allein. Vorwärts. Dahin. Und dahin. Alle mal vorwärts. Naja, Mann. Lass es Ratten sein. Das hast du Bock, quick zu spielen. Tja. Ich wasche meine Hand im Blut Unschuldiger. Wie so oft. Du stellst dich da hin. Du machst hier Druck auf die Fernkämpfer. Genauso wie du. Jawohl. Jawohl. Die waren hier wunderbar zusammengeschossen. Ich glaube, die rennen ist auch alle weg. Jetzt können wir hier angreifen. So, ran in den Speck. Jetzt können wir da drüben noch mal ein bisschen supporten. Ihr geht da auch mit rüber. Ihr stelle dich da hin. Und ihr noch da. Oh, leider fliehen die. Ich zieh euch alle zurück hier. Das bringt es nicht. Zurückziehen. Zurückziehen hier an dieser Stelle. Okay, die ganzen Warp-Bow sind alle wieder weg. Ah ne, schießt ruhig erstmal den da ab. So, der ist abgeschossen. Der heilt sich hier schnell. Oh, das ist alles nicht so günstig hier. Wir müssen da drüben hin. Ihr geht hier weiter. Jetzt müssen wir irgendwie da reinstoßen. Das ist das, was wir holen müssen. Das hier ist gar nicht so wichtig. Bauern. Da habe ich doch sicherlich auch etwas. Von Ratio Farm oder so ähnlich. Natürlich haben die da so eine miese Feuerwand. Genau das, was ich jetzt hier gerade eben nicht brauchen kann. Du fällst hier zurück. Der kämpft hier immer noch wie nicht gescheit. Die haben einfach noch so viele Schützen und das ist das Problem. Das hier ist ja auch immer noch. Das hier ist ja auch nicht. Das hier ist ja auch nicht. Das hier ist ja auch nicht. Die Bauernbogen-Schützen sind verdammt gut darin, im Weg zu laufen, hier. Ja, also gut, dann hier drüben wieder ran. Ihr fallt jetzt denen in die Front. Ihr geht denen jetzt hier entgegen. Na, ich muss es leider, leider, leider einfach jetzt meine Jungs in den Nahkampf schicken. Wie lange die durchhalten, bin beeindruckt. Du kannst jetzt nicht mal wieder hierher kommen, ich brauch eine Zauberei, Junge. Jetzt haltet er sich kurz mal. Der kommt jetzt hier gerade zurück. Die haben wir geschlagen, jetzt könnt ihr die hier noch angreifen. Bringt zwar nichts, was ich hier mache, aber egal. Ich mag es, Buttons zu drücken. Ich habe das Gefühl, ich habe die Kontrolle über die Schlacht. Ach, der ist da rausgeronnen. Jetzt versuchen wir, Eddie mal das Ding hier einzunehmen. Das hätte mal was. Hallöchen Feinherr, grüß dich, schönen guten Abend und willkommen. Die Kommandeurin hier traut sich auch echt nicht, die Pudding-Werfer anzugreifen. Boah, endlich. Also auf jeden Fall werden wir eine Menge Truppen verloren haben. Snick holt sich jetzt sie. Und ihr holt euch noch die da, weil die wollen sich jetzt hier das Zeug zurückholen. Das können wir jetzt echt nicht durchgehen lassen. Attack, charge! Endlich. Meine Güte. Das war ein Eck. Also man merkt, so in der Offensive, wenn wir nicht gerade auf offenem Feld sind, sind wir nicht so stark. Da sind unsere Einheiten krass eingeschränkt. Wir sind denen nicht haushoch überlegen. Wir haben auf jeden Fall, boah, 1, 2, 3, 4, wir werden vier Einheiten verloren haben. Damit müssen wir jetzt mal umgehen. Aber trotz allem haben wir eine ziemlich gute Kontrolle über Katai hergestellt. Und über den verzaubernden Schild hier bekommen. Schrein des Alchemisten. Ja, komm. Stufe 2, plünen und besetzen. Moskitars, Teufelsbrot, Mutantenrackenroger und dann nochmal eine Warp-Blitzkanone. Ja, wir haben tatsächlich drei Einheiten verloren. Also gut. Das heißt also, wir müssten jetzt 1, 2, 3 Einheiten wieder nachrekrutieren und wären damit jetzt hier eine ganze Weile beschäftigt. Die müssten wir irgendwann auch nochmal rausschmeißen und durch sinnvolle Einheiten ersetzen. Hier machen wir nochmal Steh-oder-Stirb. Level 20 für unseren Ashen-Zauberer und der Assassine ist gerade so auch nochmal mit dem Leben davon gekommen. Trophäe des Assassinen. Oh, sehr schön. So, respektiert und gefürchtet auch für ihn. Das Schildkröten-Tor gehört denen. Hm. Das sollte man im Auge behalten im Notfall. Das hier repariere ich. Ich habe keine Ahnung, warum das beschädigt wurde. Sie haben es irgendwie kaputt gemacht. Das hier können wir auch noch upgraden. Und das hier können wir auch upgraden. Wir haben eine weitere Provinz gesichert. Also ihr seht, ne. Es ist eigentlich fast ganz Kartei. Entweder in meiner Hand oder in der Hand von Loki, Teufelshand. Das Ding hier ist durch. Es ist durch. Okay, und weil das jetzt durch ist, Leute, wechseln wir das Spiel. Wir spielen jetzt nochmal eine Runde Blood Bowl 3 für heute Abend. Denn das liegt dann auch noch eine Runde. Und das ist das Spiel. Und wir schauen. Untertitelung des ZDF, 2020